Ihr solltet alle den Bildschirm sehen und jetzt nicken, aber herzlich willkommen mal wieder im Brückentag. Der letzte war im Februar, ist eine Weile her. Ich freue mich mega drüber, weil A, wächst gerade die Community total. Wir haben Antje und ich mal zusammengerechnet, das ist jetzt unser dreijähriges Jubiläum, feiern wir gerade. Und es sind fast 300 Leute in der ExpertInnen-Community, was auch ziemlich beeindruckend ist. Also 300 Leute, die sagen, Agilität, Projektmanagement, das sind keine zwei getrennten Welten. Da gehören sich ein paar Brücken gebaut, wenn das überhaupt nötig ist. In vielen Fällen ist es leider so, weil es natürlich kommerziell sehr interessant ist, da immer mal die Lücke klappen zu lassen. In der Realität sind beide Welten jedoch sehr nah beieinander bis so vermischt, dass es schwer ist, überhaupt noch zu sagen, was ist denn jetzt hier klar so das Projektmanagement und was ist Agilität. Und das nächste Mal Treffen zum Praxisaustausch wissen wir auch schon, werden wir am 18.10. zum Thema Agilität im PMO. Das freut mich auch, dass wir hier mit ein bisschen Vorlauf schon aufgestellt sind und damit direkt rein ins Thema, würde ich sagen. Ich habe relativ provokativ im Vorfeld die Frage gestellt, ist eure, deine Organisation überhaupt reif für das, was ihr da gerade macht, den Grad der Agilität, das Framework aus dem PM oder auch ein skaliertes Framework, was im Einsatz ist. Denn idealerweise sollte das zu dem passen, nicht nur was ihr könnt, sondern auch welche, sage ich mal, Kultur ihr pflegt, welche Einstellung ihr habt, welche Weltbilder. Axel wird viel detaillierter drüber reden können als ich, euch so im Kopf vorschweben, wo ihr eigentlich hin wollt mit der Organisation, was sie für Ziele hat, welche Ausrichtung, nicht nur strategisch, sondern auch wie sie geführt wird. Und dann kann es schon sein, dass die Realität so aussieht, dass mal das Framework gar nicht so richtig zu den Leuten passt und das eher drauf oder drüber gestülpt wirkt oder sich anführt oder einfach nur nicht die Wirkung entfaltet, die wir uns versprechen. Und da wollen wir tiefer rein. Und ich freue mich schon jetzt, weil der Typ ist cool. Ich liebe ihn total, den Axel. Wir haben vorhin geguckt, seit 2019 kennen wir uns. Da haben wir uns zum ersten Mal hier in München, wo ich sitze, an seinem Hintergrundbild seht ihr schon, er sitzt nicht in München, der war quasi zu Gast in München. Da haben wir uns getroffen zu einer, noch vor Corona, Live-Veranstaltung, um uns zum Thema Projektmanagement mit, ich glaube, knapp 30 Experten auszutauschen. Das war organisiert von einer österreichischen Projektmanagement-Firma. Und Axel fiel mir deswegen auf, weil er eine große Leidenschaft teilt, sich nämlich über Projektmanagement zu unterhalten und dann auch so demütig unterwegs ist, dass er gerne viel Wissen teilt. Also du hattest einen sehr hohen Redeanteil an dem Tag. Ich war sehr beeindruckt von der Breitseite Wissen, wie du da mit der Community geteilt hast und dachte mir, wenn ich hier eine Visitenkarte in dem Raum brauche, dann ist es Axel seine. Und so fing dann unser Austausch an. Wir sind jetzt über die Jahre regelmäßig in Kontakt gewesen, beinahe gemeinsam auf einem Projekt gelandet. Dass das nicht geklappt hat, ärgert mich heute immer noch, aber mittlerweile arbeite ich auch auf dem Projekt gar nicht mehr so gesehen. Ist alles nur eine Frage der Zeit, bis wir auch mal operativ zusammen was aushacken. Und er sagt selber noch ein paar Dinge zu sich. Am Hintergrundbild von ihm seht ihr dann, der kommt aus der Gegend, wo auch die Kronenprinz-Rudolf-Äpfel herkommen. Sehr saisonal, sehr lokal, sehr lecker, wenn ich dir empfehlen darf. Alles andere über Salzburger Gegend. Erzählst du dann, Axel? Ich sage noch was, warum das Thema überhaupt relevant ist, integrale Organisationsentwicklung. Da stäubert man fast über seine eigene Zunge. Und die Verbindung zu Projektmanagement zu ziehen und Agilität direkt. Uh, es war ein Post auf LinkedIn, der mich aufmerksam gemacht hat. Und drauf, oh cooles Meta-Level-Ebene, bevor ich überhaupt sage, was mache ich hier? Wie manage ich meine Projekte oder meine Projektorganisation? Lass mal gucken, was kennzeichnet eigentlich unsere Organisation bezüglich Reife, aber auch bezüglich Ansicht, Führungsstile und so weiter und so fort. Und ich gehe mal raus aus der Präsentation und in einen Post, den ich heute auf LinkedIn gesehen habe, der mich wieder an die Relevanz des Themas erinnert hat. Grüße an den Patrick, von dem ist er nämlich. Der hatte vor einer Weile eine Umfrage gestartet, wo es darum ging, wie für Einfluss denn das Projektmanagement auf ein Projekterfolg hat. Und ich habe die Umfrage damals nicht gesehen, aber meine spontane Reaktion war, ja, wenn Projektmanagement da keinen Einfluss drauf hat, werden dann? Ist das nicht eine sehr rhetorische Frage? Können wir nicht Projektmanagement abschaffen, wenn das nicht ganz oben und ganz mit viel Zustimmung über sich wird? Und hat mich auch ins Nachdenken gebracht. Dahingehend, naja, wenn ich jetzt smartere Fragen als die stellen wollen würde, also ich zeige euch mal noch hier, so war die Abstimmung. Also sehr hoch ist der Einfluss. Riesenüberraschung. Hauptsächlich schöne PR für den PM Summit, der Ende September in Frankfurt stattfinden wird. Was habe ich spontan darunter kommentiert? Die eigentliche Frage ist doch, wie Projektmanagement ausgelegt werden muss in dem Kontext, in dem ich mich bewege, mit den Abhängigkeiten, die ich habe im Projektmanagement zu anderen Disziplinen. Denn es ist ja kein Standalone oder sehr, sehr selten, dass, weiß ich nicht, ein kleines Unternehmen ein Projekt hat und das war es. Mir fällt nicht mehr ein praxisrelevantes Beispiel ein. Und ich finde eher eine unterhaltsame Frage, was könnte man denn tun, um Projektmanagement so zu sabotieren, dass egal, was ich da mache, das ziemlich zweck- und sinnlos ist. Und da kommen wir schon dann ziemlich nah ran an das, was Axel heute mitgebracht hat. Die Grundlagen, um mit Projektmanagement, Agilität, Framework deiner Wahl, der Wahl eurer Organisation, Tools, Methoden, alles, was es braucht, um Projekte zum Erfolg zu führen, um damit überhaupt erfolgreich sein zu können, mal vom Start weg. Und damit stoppe ich mal meinen Screenshare und sage, schön, dass du da bist, Axel, übernimm gerne, stell dich gerne auch nochmal aus deiner Perspektive vor und was dir heute wichtig ist. Und daran freue ich mich auf den Impuls und die anschließende Diskussion mit euch in der Gruppe. Vielen Dank, Chris. Du hast da schon mal die Latte ziemlich hochgelegt. Ich hoffe, ich kann sie erfüllen. Lass uns mal gucken. Ich starte mal die Bildschirmfreigabe. Ohne sichtbar. Kann der Bildschirm, ich sehe, hat funktioniert. Super, perfekt. Danke. Also mein Name ist Axel Straschel. Gerne in der Runde ganz einfach Axel zu mir sagen. Ich komme aus der schönen Stadt Salzburg in Österreich. Da lebe ich auch mit meiner Familie. Meine Kunden beruflich sind fast ausschließlich in Deutschland Konzernkunden, Mittelstandskunden. Und ich lebe davon, dass ich meine Kunden dabei unterstütze, Ablauforganisationen, also Prozessorganisationen aufzubauen und damit komplizierte und komplexe Problemstellungen lösen zu können. Zum Beispiel Projekte, Programme, Produkte, Portfolios. Das ist die Welt, aus der ich komme, wo ich zu Hause bin. Und der Chris hat mich vor gar nicht allzu langer Zeit mal angerufen. Ich war gerade in Kremsen und hat gesagt, ich habe ein Post-it gesehen auf LinkedIn. Und weißt du schon, dass du hier mal als Speaker auftrittst? Da habe ich gesagt, gut, dass ich es weiß. Mache ich gerne. Das Thema muss ich noch wissen und so weiter. Komme ich noch gleich dazu. Auf jeden Fall war klar, es geht irgendwie irgendwas auch um das Thema Agilität. Und ich habe gelernt, wenn es um das Thema Agilität geht, dann mache ich gerne am Anfang so einen kleinen Disclaimer und sage immer dazu, ja, es geht vielleicht heute auch um das Thema Agilität. Ich bin kein Kampfagilist. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der ganz klassischen Ecke PMP und so weiter und so fort. Ich mag auch ein Prinz 2, ich mag ein V-Modell, ich mag auch ITIL. Ich mag LESS, ich mag Scrum, Scrum-Bahn, Kern-Bahn und wie das Ganze heißt. Ich mag es vor allem dann, wenn die Dinge funktionieren. Und wie das Ding dann genannt wird, ist mir eigentlich ja relativ egal. Ich bin systemischer Konstrukt bewusst. Das heißt, ich bin der Meinung, dass alle Modelle sowieso falsch sind. Es sind ja nur eine Vereinfachung. Aber manche Modelle sind ganz einfach hilfreich. Und wenn sie hilfreich sind, warum soll man sie nicht ganz einfach anwenden? Wo ich kein so großer Fan davon bin, sind so stundenlange Diskussionen. A ist generell besser wie C und C ist sowieso Käse und B ist irgendwas anderes. Und so Sachen wie, du bist da nicht agil oder du bist schon agil, weil wer auf der Welt hat das Recht, mir zu sagen, wie ich bin und wie ich nicht bin. Ich bin der Meinung, das kann der Mensch immer nur selber entscheiden für sich selbst. Und damit springe ich nach diesem kleinen Disclaimer ins eigentliche Thema rein, was mir der Chris mitgegeben hat. Ist eure Organisation eigentlich reif für Agilität, Projektmanagement oder New Work? Und ich sage da ganz einfach, naja, die Antwort könnt eigentlich nur ihr euch selber geben oder eure Organisation selber geben. Ich bin ein Mensch, der Menschenorganisationen dabei begleitet, Prozesse vorschlagt, damit sie selber diese Antwort finden können. Heute mein Wunsch wäre für den Tag, einen Spin in die Richtung so gewünschtes und machbares zu geben. Ist jetzt ein ganz neues Storyline, die ihr hier seht, habe ich extra für den Chris hier angefertigt und freue mich dann auch über Feedback, wie es euch gefallen hat, ob es in eurem Kopf was ausgelöst war, ob es hilfreich war oder auch nicht. Anfangen möchte ich mal mit einem Rahmen und einem Kontext. Was meine ich eigentlich mit dem Gewünschten? Was ist Agil und was bräuchte vielleicht eine Problemstellung? Und wie viel Mensch gehört eigentlich der Organisation, in der der Mensch arbeitet? Und dann im zweiten Teil das Machbare. Chris hat es angeteasert. Was meine ich mit Bilder einer Organisation? Und was kann man sich unter dieser integralen Organisationsentwicklung vorstellen? Und was hat das Ganze vielleicht mit Projektmanagement zu tun oder auch nicht? Steige ein mit einem kurzen Joke. Kennt ihr vielleicht das Bild? Geht oft in sozialen Medien um. Zwei sehen das gleiche Objekt. Der eine sagt, das ist vier. Der andere sagt, nein, es ist drei. Wer hat recht? Ganz einfach, beide haben recht. Ich habe mir mal erlaubt, um da noch was reinzuschreiben. Der eine sagt, das ist agil. Der andere sagt, es ist nicht agil. Haben auch wieder beide recht. Es sind einfach nur zwei Sichtweisen von zwei Personen, die sie im Kopf haben. Also kann es nur richtig sein, wenn sie es so sehen. Gemeinsame Nenner finden wird vielleicht schwierig sein. Muss ja auch gar nicht sein. Haben mich dann auch gefragt, was ist eigentlich Agilität? Was ist Agile? Ich muss dabei immer an meinen Vater denken. Der ist jetzt 83 Jahre alt, ist gefühlt jeden Tag sieben Stunden im Garten unterwegs mit seinen Pflanzen und Hochbeeten. Der klettert noch selber auf Bäume rauf, schnell und besser wie ich mit seinen 84 Jahren, schneidet dort die Äste. Also wenn irgendeine Person für mich super agil ist, ist das vor allem mein Vater vermutlich. Dann gibt es auch so Sachen wie agiles Manifest, Strum, Less Safe und so weiter. Das kennt ihr wahrscheinlich alle, habt ihr zumindest schon mal gehört davon in der Runde. Für mich ist das alles nur Papier. Papier ist weder Lean. Papier kann auch nicht Agile sein. Papier ist einfach Papier. Wobei man wieder darüber schreiten kann, dass Papier ja eigentlich faltbar ist und ein bisschen Agile kann Papier vielleicht doch sein. Kann man auch einen Flieger draus machen und alles Mögliche ist eine philosophische Frage. Ich sage immer, das Einzige, was mich interessiert, ist eine Implementierung in dem sozialen System, in der Organisation, in dem Unternehmen, in der Firma. Und wenn ich mir das anschaue, dann kann das, was ich dort sehe, für mich vielleicht in einem Kontinuum von bis eher agil wirken oder auch nicht. Für den anderen kann das Ganze wiederum ganz anders wirken. Und die Eigenbetrachtung von der Firma, wie sie es selber sieht, kann auch wieder anders sein. Und schwierig zu definieren für mich, dieses ganze Lean, Agile, was ist eigentlich Operational, was ist Development, was ist New Work. Das gibt es ja auch noch von Friedmann, das Konzept. Und ich habe einmal, ich weiß leider den Autor nicht mehr, ich habe ihn damals nicht aufgeschrieben, einmal eine Definition gefunden, die mir ganz gut gefallen hat. Und die für mich eigentlich sowohl für Lean, für Agile und für New Work auch passt. So im weiteren Sinne ist für mich Agilität und Lean und alles, was da links steht, einfach das Vertrauen in den Willen und die Fähigkeit der Menschen, sinnvoll wirksam zu werden. Wenn ich das habe, ich denke, dann wird es auch schon funktionieren und wird es auch klappen. Das mache ich damit im weiteren Sinne. Im engeren Sinne bin ich ganz pragmatisch. Ich bin ja auch Unternehmensberater. Im engeren Sinne ist für mich Lean und Agile einfach eine Strategie, die ich anwenden kann, um Problemstellungen umzusetzen. Lustigerweise kann es sogar passieren, dass ich Lean und Agile kombinieren kann oder dass ich die Strategie nochmal gegenseitig ausschließe. Auch sowas kann passieren, dass sie gegeneinander arbeiten. Das heißt, ich unterstütze Unternehmen dabei zu schauen, was ist die Problemstellung und was wäre eine Umsetzungsstrategie für diese spezielle Problemstellung. Das heißt aber auch, das ist wieder mein persönlicher Zugang, ich führe nirgendwo Agilität ein und ich mache auch niemanden agil. Das würde ich mir als Mensch auch nicht anmaßen und zutrauen wollen. Dazu habe ich nicht das Recht. Konkretes Beispiel, also ich mache viel in der skalierten Umgebung, wo auch mal so 200, 300 Leute mitarbeiten, bei Projektprogramm oder bei Produktmanagement. Das sind zwei Frameworks, die gern eingesetzt werden, entweder LESS oder SAFE. Kenne ich beide in Theorie und Praxis. Ich bringe mal so ein LESS, nicht ein LESS, ein SAFE Beispiel hier, dass man sich praktisch vorstellen kann, was meine ich damit. Ich sage zum Beispiel, SAFE ist geeignet für Programm oder Produktmanagement. Und zwar mit einer Kombination aus Lean, Agile in der Strategie. Und man kann damit zum Beispiel Komplexität und oder Unsicherheit im Sinne von Resilienz managen. Das heißt dann weiter, dass zum Beispiel ein Kunde ist, der sagt, er hat eine Problemstellung, die ist komplex. Und diese Komplexität möchte er strategisch mit Lean, Agile beherrschen. Die Taktik ist nicht von Null zu beginnen, sondern irgendein Framework zu verwenden, um da schneller reinzukommen, wie zum Beispiel das LESS Framework oder das SAFE Framework oder auch Strum at Scale zum Beispiel. Die Rahmenbedingungen wie der NFRs ist zum Beispiel bei SAFE mindestens 50 Mitarbeiter, sonst macht es halt keinen Sinn. Und die Implementierung wäre dann SAFE. Ich sage dann aber auch immer, ob es dann Lean, Agile ist oder nicht, ist auch vollkommen egal. Denn das Ziel ist nicht, Lean, Agile zu werden. Das Ziel ist zum Beispiel die Time-to-Market runterkriegen, Feature-Lifecycle-Time runterkriegen, Projektdurchlaufzeiten runterkriegen, Parallelität messbar machen mit weniger Verlustkosten. Also das ist eigentlich das Ziel von diesem Kunden. Und wenn Lean und Agile dabei hilft, dann freuen sie sich und dann sagen sie, toll, dass es so funktioniert hat. Ob dann irgendwer Dritter sagt, das ist jetzt agil und das ist nicht agil, ist denen relativ egal. Das heißt, mir geht es darum, zum Beispiel Strategien zu entwickeln, um mit einem Projektmanagement, was vielleicht eher eine agile Strategie fahrt oder vielleicht eher eine klassische Strategie nach PMI oder nach IPMA fahrt, umzusetzen. Wenn ich das implementieren möchte, umzusetzen, heißt das, ich muss auch irgendwas ändern. Das heißt, ich habe da irgendeinen Change oder eine Transformation. Was da der Unterschied ist und was ich damit meine, kommen wir später noch dazu. Das heißt aber auch, ich gehe in ein soziales System rein, wo Menschen sind und ich möchte die Menschen dabei unterstützen, dass sich dieses System verändert. Dass in einem halben Jahr oder in einem Jahr oder in zwei Jahren dort die Abarbeitung von Projekten anders funktioniert wie vorher. Und zwar so, dass sie vielleicht effektiver und effizienter sind wie jetzt. Es ist ja immer zielgesteuert. Jetzt habt ihr vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht, dass man irgendwo hinkommt, man hat tolle Ideen, was man da ändern könnte, aber ihr erlebt nur Widerstand. Kennt ihr vielleicht, da kommt man als Berater hin, er könnte das und das machen, aber das funktioniert nicht so ganz. Und da sind aus meiner Sicht, jetzt wieder um den Rahmen zu schaffen, drei, unter anderem drei Sachen ganz elementar wichtig. Das eine, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht, das ist das Prinzip von der Autopoesis von Maturano und Varela, kommen eigentlich aus der Naturwissenschaft, kann man auch gut auf soziale Systeme und Unternehmen anwenden, wo sie unter anderem sagen, das Sein und das Tun sind untrennbar. Also das, was ich in der Organisation, in der Firma bin und das, was ich tue, das gehört einfach zusammen. Und das, was ich tue und was ich bin, gehört auch zusammen. Und wenn irgendjemand kommt, der sagt, du sollst das anders machen und das passt überhaupt nicht dazu zusammen, wie ich eigentlich bin, dann werde ich einen Widerstand machen. Dann will ich das einfach nicht tun. Das Zweite ist, das kommt jetzt aus der Motivationsforschung, wenn irgendjemand etwas tun soll, wenn ich zielgerichtet jemanden dazu bringen möchte, etwas zu tun, ist die Voraussetzung ein Können, ein Wollen und ein Dürfen. Das heißt, wenn ich irgendeine Vorstellung habe von Agilität, und ich glaube, das wäre gut, dass das Ganze in Richtung Agilität geht, dann muss ich mich zuerst mal darum kümmern, dass alle, die in diesem System drinnen sind, das mal prinzipiell können. Das heißt, Trainings anbieten, Wissen reingeben, Wissen anbieten, auch intellektuelles Wissen, auch Tooling und so weiter alles anbieten. Dann muss ich mich darum kümmern, dass sie auch wollen, also denen den Mehrwert erklären. Nicht sagen, ihr müsst das machen, sondern was wäre eine intrinsische Motivation, was ist euer Vorteil davon, wenn sie keinen Vorteil haben, warum sollen sie es machen. Und dann dieses Dürfen ist im Organisationskontext oft auch die Unterstützung vom Management. Wir wollen so richtig, dass er das macht. Wir machen das auch, wir laufen voraus, das Leuchttürme geht doch mit und geben uns diesen Weg. Wenn das nicht vorhanden ist, wird es nicht funktionieren, diese beiden Punkte. Und das bringt mich da jetzt zum letzten Punkt von der Folie mit der Aussage, dass einerseits die Problemstellung an sich, die ich lösen möchte, ob die eher kompliziert oder komplex ist, und die Kultur der Organisation, die determinieren eigentlich die Strategie. Die Strategie, die ich umsetzen möchte, um zum Beispiel Projektmanagement effizienter oder effektiver durchzuführen, die muss einerseits zur Problemstellung passen, aber auch andererseits zur Kultur passen. Wenn beides nicht ist, dann kommt das alte Peter-Drucker-Prinzip, dass halt ganz einfach die Kultur die Strategie zum Frühstück ist. Kurzer Einflug darin, was mache ich mit kompliziert und komplex? Kennt ihr vielleicht diese Stacy-Matrix, ist eins von sehr vielen Modellen, nebst anderen wie Cyphering-Framework oder so weiter, wie man sowas darstellen kann. Man kann zum Beispiel sagen, das seht ihr hier auf der linken Seite, die Anforderungen an das Projekt zum Beispiel, an die Problemstellung, sind eher klar oder eher fassi, eher unklar. Wenn wir ganz genau wissen, was zu tun ist, dann können wir das ab und runter planen, Fachexperten, und dann kann ich mit klassischem Projektmanagement das super effizient und super effektiv durchführen. Genauso unten die Technologie. Wenn die Technologie für die Durchführung schon bekannt ist, wenn ich da kein Jugendforscht im Projekt betreiben muss und vielleicht im Projekt erst die eigene Technologie aufbauen muss, dann ist hier aus meiner Sicht so ein klassischer Projektmanagement-Ansatz sicher eine super Vorgehensweise. Wenn die Anforderungen sehr unklar sind, und zurzeit sind wir in eher unklaren Zeiten, dann ist es vielleicht auch mal denkbar zu überlegen, hier einen anderen Ansatz zu fahren, der dem eher entsprechend ist. Und hier gibt es so im Großen und Ganzen in der Community oft den Ansatz zu sagen, naja, Dinge, die eher einfach und kompliziert sind, die kann ich ganz gut im Voraus planen. Das heißt, hier kann ich mit dem klassischen Vorgehen sehr effektiv und effizient weit im Voraus planen und detailliert das dann noch durchführen. Wenn es eher in die Richtung Komplexität geht, dann muss ich vielleicht mit Visionen arbeiten. Und hier können dann zum Beispiel Mischungen aus der Lean-Edge-Welt hilfreich sein. Wenn es in Richtung Chaos geht, dann ist man eher in der Taskforce unterwegs und muss gucken, dass man das Ganze mal irgendwie einfängt. Haben wir ziemlich leidig erlebt in der Corona-Pandemie zum Beispiel, war am Anfang ein Riesen-Chaos, Taskforce-Modus, dann ist es eher komplex geworden und dann schon langsam hat man es mit klassischen Methoden kompliziert in den Griff bekommen. Das war für mich ein plakatives Beispiel in den letzten Jahren, wie sowas hin und her gewandert ist. Ein zweiter Punkt, der auch darauf einzahlt aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen ist, ist die Kommunikation in Komplexitäten. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn alles mit allem zusammenhängt, das ist Komplexität. Wenn ihr irgendwas im Projekt angreift und alles anderes bewegt sich mit, alles ist in Kommunikation untereinander. Da gibt es eine einfache Berechnungsformel. Wenn ich x Personen habe, dann haben die n mal n minus 1 halbe Kommunikationswege. Das heißt hier im Beispiel, drei Personen haben drei Kommunikationswege, sieben Personen 21, elf Personen 55 und so skaliert das Ganze hoch. Da kennt ihr dann vielleicht auch, warum es so klassische Sachen gibt, wie maximale Teamgrößen und warum bei komplexen Problemstellungen Teams kleiner sein müssen, wie bei komplizierten Problemstellungen, weil einfach die Kommunikationsketten nicht mehr passen. und warum ich dann bei Skalierung in dem agilen Bereich wieder so Mischungen fahren muss als Lean Agile, weil wenn jetzt bei einem großen, komplexen Vorhaben 300 Personen mit 300 Personen kommunizieren wollen, direkt jeden Tag, jede Stunde, dann wird es einfach schwierig, dann wird das Ganze nicht mehr händelbar. Das heißt aber auch im Projektmanagement, das ist jetzt so eine These von mir, was ich immer sage, im Projektmanagement, wenn es ins Komplexe reingeht, dann sind wir sehr schnell eigentlich beim Wissensmanagement. Wie verteile ich Wissen? Natürlich auch Kommunikationsmanagement. Wie mache ich Kommunikationskanäle? Wie kann ich Wissen dezentral verteilen, ohne die Leute zu überfrachten? Wenn nicht jedem alles Wissen geht, bei 300 Personen wird das zu viel werden. Wenn ich jedem nur ein bisschen Wissen gebe, woher soll ich bei einem komplexen Problem wissen, was der Einzelne braucht. Da muss man als Projektmanager einen guten Mittelweg finden, um hier mit Kopfarbeiterinnen, Kopfarbeiter, wie wir in Österreich sagen, oder Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, wie man in Deutschland sagt, so kollektive Intelligenzräume aufbaut und hier dezentral die Sachen löst. Das klingt jetzt am Papier immer alles wunderschön und gut. Ja, dann, wenn es komplex wird, sollen sie halt so machen. Und wenn es kompliziert wird, sollen sie halt anders machen. Die Realität ist oft, die ich vorfinde, diese, dass Leute sagen, die Sachen werden immer komplexer, ich habe immer weniger Zeit, es funktioniert nichts mehr, Burnout-Zahlen gehen hoch und so weiter und so fort. Und dann höre ich oft als Lösung, da ist ja alles kein Problem, die brauchen doch nur ein Mindset ändern. Also diese 100 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die kriegen so ein Buch und dann sollen sie halt ab morgen ein agiles Mindset haben und gut ist es und dann machen sie ja schon. Das ist eine Sache, die mich persönlich immer sehr nachdenklich macht. Ich bin dann immer, ich bin Jahrgang 71, ich habe das Kind auch George Orwell gelesen, 1984 und Animal Farm, da wollte man auch immer das Mindset von den Leuten ändern und ich frage mich dann immer, ist das nicht eigentlich ein bisschen eine Gehirnwäsche? Also wer hat Anrecht auf mein Mindset? Und wenn es immer heißt, ja, du musst halt deine Werte ändern und dann kannst du noch flotter arbeiten und mehr Überstunden machen, also meine persönlichen Werte, die gehören mir, die lasse ich mir jetzt nicht von irgendjemandem einen Vorgesetzten austauschen, das ist etwas ganz Inneres und Wichtiges für mich. Und das ist für mich auch ein Punkt, wo dann viele Versuche hier in Richtung andere Vorgehensweise, ein Change oder Transformation machen, zu scheitern, weil man einfach dieses Prinzip der Autopoesis übersieht, dass einfach das Tun und das Sein zusammengehören und dass ich vielleicht mit Zwang und Druck ein bisschen mal temporär das Tun ändern kann von den Menschen, aber auf keinen Fall das Sein und auf die Frage habe ich überhaupt ein Recht dazu. Das bringt mich zu einer lustigen Folie. Ich habe nie gedacht, dass ich jemals in die Verlegenheit komme, dass ich Karl Max und den Herrn Luhmann auf eine Folie gleichzeitig abbilde, ist dann doch passiert, lustigerweise. Nämlich die Frage, die auch schon Luhmann gestellt hat und falls wer den Kühn kennt, auch ein Organisationstheoretiker aus Deutschlands, der arbeitet auch gerade sehr viel an der Frage, wie viel Mensch gehört eigentlich der Organisation? Also auf wie viel Anrecht des Menschen hat die Organisation durch die Bezahlung des Lohns Anrecht? Hat sie Anrecht auf das Mindset zum Beispiel? Karl Marx hat sich auch schon damit befasst, allerdings damals nicht mit dem Kopfarbeiter, sondern mit dem Handarbeiter und hat damals von der Entgrenzung der Arbeit gesprochen. Heute spricht man oft mal von der Entgrenzung der Wissensarbeit. Und dazu gibt es von Niklas Luhmann einen ganz tollen Satz, für den ich mich gleich schon mal entschuldigen möchte, weil ganz einfach Niklas Luhmann ein sehr tiefer Organisationstheoretiker war und ich selber immer so eine ganze Woche brauche, bis ich einen Satz von ihm lesen konnte und verstanden habe. Und zwar schreibt Niklas Luhmann, Die individuelle Persönlichkeit erscheint somit als Auffangvorrichtung für organisatorisch ungelöste Probleme. Sie kann durch bessere Organisation entlastet werden. Was meint ihr damit? Wenn ich im Projekt 30, 40 Leute habe und es funktioniert überhaupt nichts mehr, was etwas Komplexes ist und ich schaffe nicht organisatorisch die Rahmenbedingungen für das, sondern sage denen, ja, macht man mit dem agilen Mindset ein bisschen schneller, dann habe ich die Personen als Auffangvorrichtung für Probleme verwendet, die eigentlich in der Organisation des Projektes die Ursache haben. Und dann wird es vielleicht nicht wirklich funktionieren. Ich habe versucht, diesen Satz einfacher auszudrücken. Ich habe selber lange gebraucht, dass ich ihn verstanden habe. Und das, was ihr hier jetzt liest, sind einfach Kundenstimmen von Kunden, von Managern, von Mitarbeitern, von Mittelmanagern, von Unternehmensinhabern, von Projektmanagern, die ich immer wieder höre. Und zwar das eine, was mich ganz einfach ausdrückt ist von diesem Satz von Lumen ist, wir sitzen oder wir machen so viele Projekte gleichzeitig, wir kriegen nichts mehr weiter. Wir versuchen mehr zu machen, wir sind schon im Verzug, Time, Budget und so weiter, passt überhaupt nichts mehr. Scope können wir nicht mehr kürzen, ist schon zu spät, wir versuchen eine Parallelität, jetzt wird es noch schlimmer, das funktioniert einfach nicht mehr. Und wir sitzen, der zweite Punkt Kommunikationshölle, wir sitzen nur noch in Meetings und wir sitzen in so vielen Meetings, dass wir bei keinem anderen mehr den Slot finden. Und ich habe echt schon Leute erlebt, die gesagt haben, naja, so ein bis eineinhalb Stunden pro Tag verbringe ich damit, freie Slots bei anderen finden, im Outlook, weil ich muss mich irgendwie mit denen kommunikativ austauschen. Also da ist echt ein Riesenwaste und eine Frustration, die dabei passiert. Und dann höre ich auch immer so Sätze wie, warum schaffen wir es nicht, den nächsten oder ersten richtigen Schritt machen. Wir wollen es ja ändern, wir kennen das Problem, wir versuchen es immer wieder, wir holen uns Hilfe von außen und von innen, aber irgendwie so diesen anschlussfähigen kleinen Baby-Step, dass sich was ändert, wir verstehen es selber nicht, wir kriegen es einfach nicht hin. Und da ist dann für mich die Aussage jetzt wieder an Luhmann gedacht, Selbstorganisation benötigt einen Rahmen. Es ist aus meiner Sicht unfair, den Leuten im Projekt zu sagen, das ist eine komplexe Sache, ich mache jetzt ganz viel Druck und tue euch mal ganz schnell ganz viel selbst organisieren, das wird schon irgendwie klappen. Sondern aus meiner Sicht ist es eine Management-Aufgabe, eine Führungsaufgabe, Organisationsarbeit zu machen. Und Organisationsarbeit heißt ganz einfach so, weil es Arbeit ist. Das ist echt verdammt viel Arbeit, da raucht der Kopf, da muss ich mit Menschen sprechen und muss mir überlegen, ja wie kann ich sowas gestalten, wie kann ich so eine Teilorganisation, vielleicht eine Projektorganisation gestalten, dass die Leute wirklich einen Rahmen haben und eine Chance haben, hier Selbstorganisation durchzuführen. Und auch wieder dieses Können und Wollen und Dürfen ist Tun, was muss ich vielleicht noch an Rahmenbedingungen an Wissen reinbringen, an Management-Attention reinbringen, dass das Ganze auch wirklich eine Chance hat, hier zu gedeihen. Und da bin ich selber immer auf der Suche, was kann mir helfen, den Kunden dabei zu unterstützen. Und da möchte ich euch jetzt zwei Sachen vorstellen, die für mich einfach, ja wertvoll waren. Sie für euch wertvoll sind, weiß ich nicht, freue mich dann schon auf die Diskussion. Mir hat es wirklich sehr geholfen, hier den Kunden im Sinne der Prozessberatung was anbieten zu können. Und zwar ist das einerseits Bilder der Organisation und andererseits die integrale Organisationsentwicklung und zwar im Speziellen vom IMU in Augsburg. Das ist so ein Spin-off von der Universität Augsburg, komme ich dann noch dazu. Bilder der Organisation ist ganz einfach ein Buch, was ich im Zuge von dem Studium kennengelernt habe, von Garrett Morgan. Da gibt es auch eine deutsche Übersetzung dazu. Ich habe es euch rechts hingegeben. Und zwar das untere ist die Originalübersetzung. Und jetzt gibt es, glaube ich, nur mehr im Schäfer-Pöschel-Verlag rechts oben diesen Nachdruck, den ich auch habe, ist ganz das gleiche Buch. Aber aufpassen, im oberen Buch steht eine andere Jahreszahl drin. Ich glaube, es ist eigentlich schon ungefähr, ich glaube, 2001 ist die erste deutsche Übersetzung rausgekommen. Es ist, glaube ich, schon 20 Jahre alt ungefähr, was ihr jetzt seht. Und zwar hat sich Garrett Morgan damit auseinandergesetzt, wenn ich Menschen in Organisationen frage, vor allem auch Führungskräfte, was für ein Bild haben die von ihrer Organisation und wie passt das Bild mit der Organisation zusammen? So aus dem Automotive-Bereich zum Beispiel, in unseren Adern fließt Diesel. Wie passt es mit der Elektronomobilität zum Beispiel zusammen? Oder bei uns geht alles wie ein getaktetes Uhrwerk? Was ist, wenn die Zahnrädchen im komplexen Bereich sich bewegen? Da kann es natürlich schwierig werden. Und der hat so ein paar Grundbilder dort dokumentiert. Er ist eigentlich tiefer Organisationstheoretiker, aber ein guter Tipp, wenn ihr in das Thema Organisationstheorie einsteigen wollt, wunderschön zum Lesen des Buch, sehr unterhaltsam, kann man am Abend im Bett jeden Tag ein paar Seiten lesen, also echt ein tolles Buch. Und der hat gesagt, ja, viele sehen zum Beispiel ihre Organisation als Maschine. Also super effizient, da passt alles, da passt der Fugenschluss, da kommt immer das Richtige raus und da kann ich noch schneller an der Maschine drehen, damit alles noch schneller läuft, das Förderband noch ein bisschen schneller dreht. Ist halt bei Maschinen super, wenn ich auf einmal Menschen habe, Wissensarbeiterinnen, Wissensarbeiter, die den Kopf arbeiten, kann das schwierig sein. dann kann man das Ganze organisch denken, ja, es ist mehr so ein systemisches Modell, ja, oder ich denke, das Ganze mehr so als Gehirn, so ein Gehirn, das kommt vielleicht ganz gut hin, zur Wissensarbeiterin, Wissensarbeiter, oder ich sage, ja, das, was ich vorhabe, ist eigentlich mehr so ein kulturelles System oder ein politisches System. Oder es kann auch ein psychisches Gefängnis sein, also ich habe schon auch Unternehmen erlebt, wo Leute mit dem Burnout rausgelaufen sind, weil sie im psychischen Gefängnis gewesen sind dort, ganz einfach, es kann was sehr Dominantes sein oder auch irgendwas, was ganz Abstraktes, ein Startup, wo keiner weiß, oder wo jeder sagt, also ein Mini-Startup, das kann doch gar nicht funktionieren, mit denen die unterwegs sind, aber die sind super erfolgreich, ja, auch sowas kann mal passieren. Oder auch mit sehr, mit sehr versteckten Modellen. Und die Theorie dahinter ist ganz einfach, das Bild, was ich zum Beispiel als Führungskraft von meinem Bereich, von meinem Unternehmen habe, das wird man in meinem Bereich auch wiederfinden. Das heißt, wenn ich in meinem Unternehmen was ändern möchte, überlege ich mir mal, was für ein Bild habe ich jetzt auf meinem Unternehmen, was für ein Bild bräuchte ich für die neuen Problemstellungen und wie komme ich dorthin. Weil wenn ich meine Einstellungen ändere, dann wird sich alles andere auch mit ändern. Also geht auch in die Richtung nicht, die anderen sollen sich ändern, sondern zum Beispiel ich als Führungskraft, ich als Bereichleiter, ändere mich in das neue Bild, was für das Problemstellung passt und dann werde ich auch durch meine Führung alle anderen mitzählen. Wenn ihr McGregory Theorie X, Theorie Y kennt, so ein bisschen in die Richtung geht das. Also das, was ich als Führungskraft sehe bei meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist eigentlich ein Spiegel vor mir selbst so mit dem Stil, mit dem ich führe, das werde ich auch dort wiederfinden. Für mich ein super schöner, wertvoller Ansatz. Dann ist die Suche weitergegangen und ich bin gelandet beim IMU Augsburg und die haben was gemacht, nämlich die haben genommen unter anderem das Integral-Modell, die integrale Theorie, wie sie zum Beispiel von Ken Weber propagandiert wird. Wobei ich auch wieder sage, alle Modelle sind falsch, manche Modelle sind hilfreich, ich bin jetzt kein hundertprozentiger Verfechter von Ken Weber, aber ein paar Sachen finde ich einfach ziemlich cool vom Ansatz von ihm. Und vor allem diesen Ansatz, wo er sagt, naja, irgendwie hat doch alles eine Ich-Sicht, also wie ich es selber sehe und irgendwie hat alles so eine gemeinschaftliche Sicht, wie es im sozialen System gemeinsam funktioniert. Und irgendwie gibt es auch eine Innensicht, wie ich oder das soziale System das selber sehen und wenn ich jetzt jemanden von außen frage, wenn du uns zuschaust, was siehst denn du, dann ist das so eine Außensicht. Also die Innensicht ist eher das Subjektive, was ich selber erlebe, wenn ich drinnen bin und das Außen, wäre so die Außensicht, wenn ich von Suche von außen drauf zu schauen oder wenn ich vielleicht andere Leute frage, was seht ihr von außen. Und die haben sich überlegt, naja, wie kann ich jetzt eigentlich das anwenden auf Unternehmen oder auf Bereiche oder vielleicht auch auf Projektorganisationen. und haben auch mit euch durch, haben sich auch ein paar Sachen dazu überlegt und gesagt, naja, wenn ich eine gesunde Entwicklung haben möchte, wenn ich jetzt eine Organisation in Richtung eine Problemstellung lenken möchte, dann muss diese Entwicklung eigentlich auf allen vier Quartanten stattfinden. Also sowohl in der Ich- als auch in der Wir-Sicht, sowohl innen als auch außen. Weil sonst ist wieder dieses Grundgesetz der Autopoesis verletzt, nämlich einerseits mal, dass das Tun und das eigene Bild immer in der Waage sein müssen und auch von der Selbsterhaltung eines Systems. Also es geht nicht, dass ich es nur auf eine Seite vorantreibe, ich muss es gesamtheitlich sehen. Das Zweite ist, wenn die Probleme ursichtlich bei einem Quadranten auftauchen, dann kann ich es auch nur in dem Quadranten lösen. Wenn ich als Manager mit einer Vorgehensmethode, die gesagt wird, dass die zielführend ist, dass die gemacht werden soll, wenn ich damit ein persönliches Problem habe, dann werde ich immer einen Widerstand haben und dann muss ich mir mal selber überlegen, kann ich mich damit anfreuden oder auch nicht. Dann muss ich einfach mal bei mir selber anfangen. Zeigen können sich aber die Probleme auf allen Quadranten. Also wie immer Brutkurs Analysen machen und mal überlegen, wo kommt denn das Problem eigentlich her. Damit es nicht ganz so abstrakt ist, gehe ich mit euch einmal die Quadranten durch und bevor wir damit losstarten, bitte ich euch, nehmt euch mal irgendein konkretes Beispiel im Kopf aus eurer Welt. Also denkt zum Beispiel in euer Team rein oder in euer Unternehmen oder vielleicht einfach in euer Projekt. Ich muss immer eine Trinkpause machen, nehmt euch mal ein Beispiel und stellt euch das mal so bildhaft im Kopf vor. Und dann geht mal auf die Wir-Ebene, also das ist euer Team oder eure Organisation oder euer Projekt, da sind ein paar Leute beteiligt und geht mal auf diese Wir-Ebene und schaut und schaut mal, was ist auf dieser Wir-Ebene von außen sichtbar. Was sind die Strukturen? Was kommt raus? Liefergegenstände, Produkte, Prozesse, Infrastruktur. Das kann ein Microsoft Azure DevOps Tool sein oder ein Shira sein, ja, also auch sowas oder Excel Sheet, ja, bei uns sind immer ganz viele Excel Sheet irgendwo Microsoft Teams abgelegt, sowas sieht man bei uns, ja, auch solche Sachen und da können vielleicht Probleme auftreten oder auch nicht, das mit diesen Excel Sheets, das funktioniert nicht wirklich, ja, also was sieht man, wenn man da einfach mal raufguckt. Nehmt euch die Zeit dafür, bisschen Kopf reingehen und überlegt euch dann als nächstes, ich bin ja Teil von dieser Gesamtheit, wenn ich jetzt selber auf mich drauf schaue, von außen oder jemand anders mich hier in diesem Kontext beschreiben würde, was sagt über mich, was sind so meine Kernkompetenzen, wie verhalte ich mich dort, wo bringe ich mich ein, was ist mein Wissen, was ist da von außen auf mich sichtbar und dann in dem nächsten Schritt und das kann ich dann nur mir selbst, ich selber für mich beantworten und was ist denn bei mir drinnen, wenn ich da irgendwas wahrnehme von dort, wo spüre ich das im Körper, was macht es mit mir, was habe ich dir für eine Haltung zu, finde ich das cool, finde ich das nicht cool, motiviert mich das, ist das eine Ablehnung, möchte ich am liebsten davonlaufen oder 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 finde ich geil, möchte noch sieben Stunden dort weiter arbeiten, obwohl es schon 22 Uhr ist, also was macht das mit euch selber und jetzt seid ihr dort gemeinsam im Team, vielleicht 20 Leute, vielleicht 100 Leute und die Summe von allen Innensichten, dann ist dann eure Wir-Kultur dort, also wir als Team von innen, was haben wir für Werte, wie gehen wir miteinander um, wie fühlt sich das für uns gemeinsam als Team an und passt das auch mit meiner persönlichen Haltung zusammen und dann meine ich eben zum Beispiel, wenn ich dann drauf komme, wir haben so ein Problem, weil wir so viele Excel-Sheets im Microsoft Teams drinnen haben, dann kann es zum Beispiel auf der Ich-Ebene verhalten sein, wir wollen nicht immer irgendwo uns in ein Ding einlocken, wir wollen uns einfach mal schnell schnell ablegen und gut ist es und auf der Ich-Ebene kann es dann vielleicht sein, eigentlich interessiert mich das Projekt eh schon nicht, ich möchte eine Rude mithaben, auch sowas kann dabei rauskommen. Also wie spielt das Ganze in sich zusammen und damit kann man mal erste Schritte sich überlegen, erste Baby-Steps auf welcher von diesen Quadranten sind eigentlich die nächsten Entwicklungsschritte, um in eine Organisation oder Projektorganisation zu kommen, die für meine Problemstellung zielführender ist. Jetzt ist wie vorher schon gesagt, diese ganzen Sachen haben ein gewisses Kontinuum. Es gibt immer so ein von bis und jetzt haben sie sich überlegt von so vielen Stufenmodellen, die es gibt, welches wäre hilfreich, das damit zu kombinieren. Und sie haben das dann dort kombiniert mit dem Spiral Dynamics Modell, also von Don Beck und Chris Coben, ursprünglich Clark Graves, und haben gesagt, ja, dieses Modell von sozialen Entwicklungen, sozialen Entwicklungsstufen, wie das durchgeht, das kann man ja vermutlich auch ganz gut auf Unternehmen anwenden. Wenn man links unten so anfängt, als erstes wollen wir als Menschen überleben. Wenn wir das Überleben mal ordentlich im Griff haben, dann haben wir die Möglichkeit auf eine nächste Entwicklungsstufe, dann können wir was weiteres integrieren. Zugehörigkeit, Rituale, dann integrieren wir vielleicht Pubertät, Durchsetzung und so weiter, dann kommt Blau rein, Sicherheit, Stabilität, wenn wir das integriert haben, dann vielleicht mal das Job gemacht, geheiratet, Kinder bekommen, Grün, dann geht es ein bisschen weiter rauf, kann man auf Menschen anwenden, kann man auch auf Staaten anwenden, auf politische Systeme, auf Sozialisationen. Wichtig ist bei diesem Modell, es gibt kein Besser und kein Schlechter. Also weiter oben heißt nicht besser, weiter unten heißt nicht schlechter. Man muss sich überlegen, was ist für die konkrete Situation passend. Und das Zweite, was das Modell aussagt, ich kann keine Stufe überspringen. Also wenn ich zum Beispiel sage, meine Problemstellung ist orange passend, muss ich gucken, habe ich blau, rot, purpur und balgischen integriert, weil sonst muss ich das erstmal alles integrieren, sonst habe ich eine Lücke, sonst wird das nicht funktionieren. Und das haben sie umgelegt, ein bisschen vereinfacht, beim Unternehmen braucht man nicht alle Stufen auf Unternehmenskulturen. Und man sagt, rot ist eher so eine Einzelkämpferkultur, so eine Big-Man-Theoriekultur, sehr starkes Command-Control, Kraft, meine Macht, habe ich mir das erkämpft, blau sind sehr loyale Unternehmen, orange geht so in die Richtung wissenschaftliche Zahlen, Daten, Fakten, da mal zu suchen, grün ist dann in Richtung Mensch, da sieht man auch schon, es muss nicht immer passend sein, grüne Unternehmen wollen, dass sich immer alle einig sind. Also wenn ich jetzt einen Autounfall mache und die Rettung kommt und da kommen zwei Sanitäter und der eine Sanitäter, ich verblute gerade auf der Straße und der eine Sanitäter sagt zum anderen, du, wenn ich jetzt zuerst den hochhebe, ist es okay für dich oder fühlst du dich dann hierarchisch bevormundet? Und der zweite Sanitäter sagt, du, jetzt fangst dich ja auch mit hierarchischen Gedanken, das haben wir doch schon vor Berge gehabt letztes Jahr, das mag ich gar nicht mehr, dann sage ich vielleicht, das war gut und der Mensch, könnte vielleicht mal in den roten Modus runterkommen, Checkliste raus und einfach mal machen, ich würde ganz gern gerettet werden und ins Krankenhaus kommen, ja. Also je nach Kontext, nach Situation, nach Problemstellung sind unterschiedliche Stufen hier ganz einfach passender und zielführender. Aber die Aussagekraft ist immer, wenn ich eine obere brauche, muss ich zuerst alle unteren integriert haben. Und das haben sie, jetzt bitte nicht schrecken, jetzt kommt was ganz Buntes, ihr habt später noch eine Detailansicht, das haben sie in so eine Radaransicht gemacht. Das kann man dann dort auch, wenn man aufs IMU geht, da unten habt ihr den Link mit dem i-m-u.de, das kann man sich dort auch runterladen, braucht man nur eine E-Mail-Adresse angeben, bekommt man dieses Modell, diese Grathek zugeschickt, die verschicken auch keine Spams, also das, was sie reden mit integralem Leben, das leben sie auch wirklich, die spammen euch nicht zu. Und hier seht ihr die vier Quadranten, ich fange wieder rechts unten an, innen, wir kollektiv, Strukturen, Prozesse, Produkte. Ich fange deswegen rechts unten an, weil sehr oft es heißt, ja, wir wollen was einführen, was Neues in Richtung Agilität, wir brauchen mehr Tooling zum Beispiel, ja, dann müssen wir ein neues Tooling machen und dann wird alles gut werden. Links unten auf der Team-Ebene Werte, Kultur, Beziehung, rechts oben wieder ich als Person, Wissen, Fähigkeit, Verhalten, links oben, Denken, Fühlen, Haltung, innen von mir selber. Falls ihr es gar nicht lesen könnt, ich habe dann gleich eine Vergrößerung. Ganz, ganz wichtig ist bei diesem Modell, das ist ein Beispiel, wenn man ein Unternehmen, ein Bereich, sowas anwenden möchte, dann ist es zwingend notwendig, diese Landkarte individuell für sich selber anzufertigen. Also diese Beispiel-Landkarte ist nur exemplarisch, die passt für euch vermutlich nicht, ja. Das kann eine erste Idee sein und ich überlege mir als erstes, wo stehe ich gerade, zum Beispiel sage ich, ich bin gerade vielleicht eher in meinem Bereich im Blauen angesiedelt, das spricht man auch vom Schwerpunkt, der Schwerpunkt von dem Bereich fühlt sich eher blau an, zum Beispiel, und wo möchte ich hin? Na, eigentlich müsste ich ins Orange reingehen für diese Problemlösungen und dann nimmt man auch nur die beiden Farben her, dann nehme ich nur blau her und nur orange und habe dann nur zwei Schichten und nicht mehrere, denn mehr brauche ich ja nicht, also einfach gestalten. Und also diese einzelnen Schichten hier, diese Farben nennt man Ebenen oder auch Entwicklungsebenen und diese Linien sind Entwicklungslinien, die ihr seht, diese Linien, die so links, rechts immer nach außen gehen. Also als erstes überlege ich mir, auf welche Ebene bin ich, wo möchte ich hin und welche Entwicklungslinien brauche ich in welchen Quadranten? Meistens bin ich auch nicht Boundary in einer Ebene, oft bin ich hauptsächlich im blauen Bereich im Schwerpunkt und da vielleicht noch ein bisschen im roten Bereich. Kann man dann auch so Spinnennetz-Grafiken machen. Und jetzt zum Abschluss schaue ich mit euch nochmal exemplarisch in diese Quadranten rein. Also zum Beispiel rechts unten, jetzt ist es vergrößert, jetzt ist es auch besser lesbar. Da seht ihr zum Beispiel hier, sorry, das war der falsche Leser. Ich wollte eigentlich den da haben. Hier seht ihr Organisationsform. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, nicht zu anwenden, muss man sich selber arbeiten. Personenorientiert, funktionale Hierarchie, Matrix-Organisation, selbstorganisiert und so weiter. Wenn ich also wo ein schönes klassisches ProMU aufbauen möchte, noch IPMA, PMA, Prinz 2 und so weiter und ich sage, da brauche ich eigentlich eine Matrix-Organisation, eine Projektorganisation, dann wäre das hier eher im Orangenbereich angesiedelt und dann kann ich überlegen, ja wo stehe ich in den anderen Quadranten? Passt das schön zusammen oder passt das nicht zusammen? Und was sind Sachen, wo ich sage, super cool, Glück gehabt oder Sachen, wo ich mit dem Kunden vielleicht arbeite, was hättest du für eine Idee, was man hier ändern könnte? Man sagt hier auch immer, man kann nicht schlauer sein wie der Kunde selber, man kann nicht schlauer sein wie das System selber, man kann nur das System ein bisschen stören und das System dabei unterstützen, eine Lösung zu finden. Oder auch hier bei den Prozessen ist es sehr funktionsbezogen, das wären ja vielleicht ein ganz starres V-Modell, eher End-to-End kundenorientiert, schon ein bisschen mehr in Richtung Deliverables, modernes Projektmanagement oder vielleicht nachhaltige Wertströme, man denkt in Value Streams, man denkt eher in Produkten als Projekten, vielleicht so ein bisschen in die Richtung Less Safe, Scrummed Scale zum Beispiel. Oder vielleicht auch, wenn es so in der Mitte ist, irgend so ein OKR-Modell zum Beispiel. Ich gehe einen nach oben hin, Wissen, Fähigkeiten, Verhalten, wie schaut denn in dem Bereich die Führungsstruktur aus? Ist das was sehr Autoritäres? Versuchen wir die Leute zu empowern? Oder ist das echt ein partiziativer Führungsstil? Und passt dieser Schwerpunkt vom Führungsstil auch mit dem zu sagen, was ich davor habe? Auch zum Beispiel Umgang mit Wissen, Kompetenzen finde ich interessant, wenn man es versucht, mit Projektmanagement zu mappen. Schaue ich mit Wissensmanagement, dass alle zugreifen können, durchs proaktiv anreichern, so wie es benötigt wird, oder mache ich cross-funktionale Teams und versuche interdisziplinär vernetzen, arbeite mit Communities of Practice zum Beispiel, auch solche Sachen. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel, das muss man dann für die Problemstellung, für die eigene Firma individuell machen. Springe ich noch eins weiter, so fühlen, denken, handeln, was ist so die innere Ressource, warum ich dort bin, möchte ich einfach erleben, dass ich aus dem Team heraus Kraft bekomme, mich gut fühle, bin ich dort, weil ich Erfahrung sammeln möchte, möchte ich meine Intelligenz einbringen, möchte ich Potenziale heben, oder möchte ich dort aus dem Bauch heraus coole, wahnsinnige Sachen machen. Auch nur mal ein Beispiel dafür, wie man das anwenden kann. Auch seht ihr rechts bei der Weltsicht, wenn ich jetzt so eine objektive Realität habe, dann denke ich, kann es mit Projektmanagement ganz gut funktionieren. Wenn ich jetzt draufgehen möchte, wirklich einen Wertstrottgedanken und Wertströme über meine Firma raus nachhaltig sehen möchte, dann vielleicht eher in die Richtung systemische Wirklichkeit. Also wo stehe ich gerade? Ich kriege es in Einklang. Und als guter Letzt dann die Wir-Sicht von Inneren wiederum. Wie sehen wir uns gemeinsam? Also was sind zum Beispiel unsere Grundwerte? Finden wir, dass wir ein cooles Team sind, weil wir einfach die Stärksten sind und uns gegenseitig eine Sicherheit geben? Oder sagen wir Sicherheit gut, aber Recht und Ordnung? Das muss alles niedergeschrieben werden, sehr bürokratisch vielleicht. Oder wollen wir gemeinsam wachsen? Oder wollen wir dadurch eine Verbundenheit haben, die eigentlich über unser Team hinausgeht? Also auch sowas zu sehen. Und hier der Ansatz einfach zu sagen, was ist eigentlich das Problem, was ich lösen möchte? Was ist das Projekt? Was ist der Bereich? Mit welchen Problemstellungen ist der Bereich konfrontiert? Und hier zum Beispiel mal so eine ganz kleine, einfache, integrale Landkarte selber aufbauen. vielleicht nur mit ein, zwei Stufen, vielleicht nur mit den vier Quadranten, noch ganz ohne Linien und nur mal überlegen, wo stehen wir, da wollen wir hin. Und bitte beachten, so eine integrale Landkarte ist ganz individuell für jeden Bereich oder für jedes Unternehmen, da ist ein bisschen der Weg das Ziel. Das heißt, wenn ich so eine Landkarte erstellt habe als Unternehmen, ist das schon eine große intellektuelle Lernleistung von mir als Unternehmen, da hole ich mir vielleicht Beratung von außen im Prozess, aber erstellen muss ich sie für mich selber. Horizontal, vertikal, mit Leuten, bunt durchmischen da die Workshops. Ich schaue mal, auf welche Stufe sehen wir uns eigentlich? Also nicht von einem anderen sagen, wo steht ihr, wo stehen wir? Das können wir nur selber beantworten, die Frage, welche Stufe denken wir, dass wir benötigen, dort wo wir hinwollen und was sind hilfreiche Entwicklungslinien, wo wollen wir uns hin entwickeln, was sind Baby-Steps, kleine Baby-Steps, wo wir uns bewegen wollen und dann immer überlegen, wir reden von einer Veränderung, ist das ein Change oder ist das eine Transformation? Und hier ist der Ansatz zu sagen, wenn ich mich innerhalb der gleichen Ebene bewege, also innerhalb der gleichen Farbe, was ich verändern möchte, dann ist es eigentlich eher ein Change-Projekt. Wenn ich einen evolutionären Schritt machen möchte, also über die Farbe hinaus in die nächste Evolution reinwachsen möchte, da sprechen wir eigentlich von einer Transformation und Change-Projekte und Transformations-Projekte sind wieder ganz unterschiedliche Problemstellungen, Change hat eher einen linearen Charakter, Transformation eher einen radikalen neuen Charakter, brauche ich ganz andere Management-Methoden, ganz anderes Denken, und ganz andere Herangehensweisen, je nachdem, ob es ein Change oder eine Transformation ist, das heißt, dann entweder das über den Change oder ein Transformations-Projekt abwickeln. So, jetzt habe ich euch da in, ich glaube, gut 40 Minuten waren es ziemlich viel gequatscht, ziemlich viel Input reingedrückt. Ich hoffe, ihr seid noch alle gut da und nochmal ganz kurz so die Zusammenfassung. Freue mich, dass ich bei euch bin, wir haben ein bisschen darüber gequatscht, was ist agil, was ist nicht agil, was ist kompliziert, was ist komplex, wie hängt das Ganze eigentlich auch mit der Kommunikation zusammen, wer hat Recht auf mein Mindset, auf wie viel Recht von mir als Mensch hat die Organisation, wie kann man vielleicht Dinge mal einfach anders sehen, zum Beispiel in Form von Bildern, wie kann man es vielleicht in Quadranten sehen, wie kann man das Ganze verknüpfen mit dem Integral-Modell von Ken Weber, kann das zusätzlich verknüpfen nach Spiral Dynamics, Beck und Coven und wie kann man sich sowas praktisch vorstellen, wie ist da so ein Anwendungsfall in erster dafür, mal exemplarisch dargestellt und ja, sehr, sehr viel Input in 14 Minuten, ich bedanke mich, dass ihr noch alle hier seid und freue mich auf anregende Diskussionen. Ziemlich fett und wahnsinnig gut gesprochen, was nicht nur meine Meinung ist, im Hintergrund liefen viele Chats aus vielen Einzelrichtungen bei mir zusammen mit vielen Daumen nach oben, bis hin zu hypnotisch, positiv, also danke dafür, auch nochmal die Summary-Page war glaube ich jetzt hilfreich, denn da kann man schon in wahnsinnig viele Richtungen abbiegen, gedanklich. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, doch bin jetzt sehr gespannt, was euch bewegt, für Fragen umtreibt, du hast ja ein paar schöne Fragen am Ende angeboten, auf die wir gerne nochmal springen können, wenn gar nichts kommt, aber das glaube ich nicht. Teilt mal eure Gedankeneindrücke und auch gerne den Bezug in euer Praxisbeispiel, wo ja der Axel euch eingeladen hat, das mal durchzusimulieren, die vier Perspektiven. Offene Runde, Mikrofon an, los geht's, keine Hemmungen. Also ich kann gerne mal anfangen, also erstmal vielen Dank, das war ein extrem cooler, hypnotischer Vortrag, fand ich, die Informationsdichte super, super hoch und ich, ja, das kann man gar nicht bearbeiten, so in der Geschwindigkeit, würde ich mal sagen. Meine Punkte, die ich in der Regel als Kritik anbringe, wurden alle ziemlich gut getroffen, den meisten würde ich sogar zustimmen. Der Punkt, wo es bei mir ein Stück weit hakt, ist, das, was du beschreibst, ist, wie gesagt, super hohes Level, Level 10 von 10. In der Praxis hat man meistens das Problem, dass man sagt, ich habe hier irgendwas, was nicht stimmt, ich habe vielleicht sogar eine Idee, wo ich hin will, aber wie kriege ich das hin? Beispiel, ich habe ein komplexes Projekt, das weiß ich, weil es ist ziemlich groß, habe ich schon ein paar Mal probiert, ich führe safe ein und wie geht es dann los? Aus meiner Erfahrung geht es damit los, dass es viel zu schnell losgeht, alle Leute suchen sich ihren Platz in dieser tollen Organisation, jeder sucht sich irgendwelche Arbeit und dann friert es quasi ein, weil das Modell, also das Modell ist natürlich alle falsch, das Safe-Modell deckt so ziemlich alles ab, was man so sieht und braucht, aber das richtig einzusetzen, braucht halt mega hohes Skill-Level von wer auch immer das einführt und das ist aus meiner Sicht meistens nicht gegeben. Das wäre so mein Punkt, wie komme ich zu diesem Ziel, was ich am Ende verstehe, aber wie komme ich von einer normalen Situation dorthin? Also kann ich gern kurz eingehen, danke für die Frage. Safe ist ja auch einer von meinen Schwerpunkten. Es gibt aus dem Gott-Theote-Prinzip, jetzt war das der Yocono, weiß ich nicht mehr, diesen Spruch, wo man sagt, einerseits Innovation braucht Raum und Zeit, wenn ich Innovation keinen Raum und Zeit gebe, werde ich keine Innovation bekommen und Innovation ist noch nie vor dem Computer passiert, sondern passiert beim Fahrradfahren, beim Spaziergehen, beim Schwimmen und ich erlebe das auch sehr, ich überlebe es sehr oft, nein, passt sogar der Freudschaversprecher, ich erlebe es sehr oft und werde auch oft gerufen, dass Kunden unter Druck sehr schnell was einführen wollen, weil sie wirklich schon unter Druck stehen, die stehen unter Strom, da muss was gemacht werden, ja, und da haben sie irgendwo gelesen, Gartner, Quadrant, sehe ich ganz rechts oben, das hilft jetzt, ja, und das ist gar nicht abwertend gemeint, aber natürlich, wenn ich unter Druck, unter Strom stehe, ist es schwierig, mal stehen zu bleiben, einen Schritt zurück gehen, ja, das kann man es beraten, mal leicht von außen sagen, ich habe im Endeffekt ja nicht die Verantwortung, ich berate, ich muss es nicht verantworten, ja, und das sind dann für mich Sachen, wo ich denke, oder mit Kunden auch arbeite, das ist dann oft im rechten, unteren Quadranten angesiedelt, wir führen jetzt Prozesse ein, wir führen Methoden ein, wir führen Tools ein, wir sind total unter Druck, wir können schon nichts mehr richtig machen, wir führen das total unter Druck ein, wir führen es nicht richtig ein, ja, es passt dann eigentlich sehr schön zusammen, wenn man es systemisch betrachtet, und ich kann das, was du sagst, super nachvollziehen, ich sehe es auch sehr oft, ich kann auch den Kunden nachvollziehen, warum sie es machen, die sind ja alle nicht doof, die sind ja super Manager, die stehen einfach gewaltig unter Druck, ja, ich probiere dann auf der Ecke mit Zahlen, Daten, Fakten zu arbeiten, also wenn ich jetzt die Problemstellung in meiner Sicht im rechten, unteren Quadranten sehe, dann versuche ich auch mal im rechten, unteren Quadranten zu begegnen, ja, also mal schauen, was sind denn die Einführungskosten, was sind die Verlustkosten, wenn du es nicht machst, am Ende des Tages, wenn ich SAFE einführe, ist es aus meiner Sicht praktisch immer eine Transformation, wenn es keine Transformation ist, bin ich eigentlich schon in der Entwicklungsstufe, wo ich SAFE gar nicht mehr benötige. Auch alleine die Sachen, sich mal mit dem Framework ausreichend zu beschäftigen, können, wollen, dürfen, tun. Ich habe viel erlebt, die versuchen, das Framework einzuführen und haben sich noch nie mit Dual Operating System noch Cotter oder mit Value Streams befasst, was die Grundlage von SAFE ist. Weil in SAFE mache ich zuerst eine Value Stream Analyse und mache mir keine Gedanken über Personen, Rollen, Gruppen und erst dann, also das ist, da kann es oft zu Clashes kommen, ja. Mein Credo ist ganz einfach, ja, wenn ich in Richtung Komplexität gehen möchte, dann muss ich mit einem gewissen Maß und Komplexität in der Einführung dem begegnen und dann brauche ich Raum und Zeit und Ruhe, um dem richtig zu begegnen, sonst wird es nicht funktionieren. Und das, so wird es nicht funktionieren, das meine ich ernst, ja. Das, da kann man auch Raum und Zeit geben. Ich kann ein Praxisbeispiel geben, ich habe mal bei einem Kunden, da hat es echt mit so skelettem Bereich, das ist zehn Teams sein, die wollten in Richtung SAFE gehen, weil sie gesagt haben, bei uns kracht einfach alles und dann gab es einen echt geilen Teamlead, das werden so um die zehn Leute gewesen sein, der gesagt hat, so, ich fange jetzt an, dass ich mit meinem Team jeden Tag 90 Minuten bezahlte Mittagspause mache. Das war vor Corona, waren alle immer noch vor Ort. wir gehen ungefähr so eine halbe Stunde, 40 Minuten gemeinsam in die Kantine, Mittagessen und dort war so ein Park daneben in Grünland und dann gehen wir einfach mal eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten gemeinsam spazieren. Was macht man? Beim Essen kommen wir runter, beim Spaziergehen quatscht über Probleme in der Firma. Ja, eh klar. Und wenn ich Probleme von zu Hause in die Firma ausstrahle, quatsche ich sie auch mit den Kollegen. Und das war das Team, wo es auf einmal super funktioniert hat, die sind durchperformed. Das steht ja dann nicht im Safe Guide. Also ich, bin ich auch ganz, ganz ehrlich, wenn man den gesamten Safe Guide und alles lesen möchte, ja, und auch noch alle Zusatzausbildungen macht und Coachingausbildungen, die man braucht, um das Ding einzuführen, dann bist du zwei Jahre beschäftigt, ja. Das kann nicht jeder machen. Aber wenn ich jetzt Safe Einführen möchte, denke ich, macht es zumindest bei den Führungskräften, bei den Managementen Sinn, sich auch mal damit zu beschäftigen, auf was lasse ich mich da eigentlich ein und dann wieder auf der Innen-Ich-Ebene, will ich das überhaupt? Weil ich kann es auch verstehen, dass Leute sagen, das will ich ja gar nicht, das passt nicht zu mir. Also ich habe noch viele Ideen, aber ich will nicht allein reden. Deswegen lasse ich das mal so stehen erst. Wenn alle schweigen, sage ich wieder was. Mir fällt da jetzt gerade dazu ein, erst mal danke für den coolen Vortrag. Ich fand es richtig spannend. Aber das zeigt doch mal wieder, wie wichtig dieses ganze Menschliche ist. Tools, geil, ja, super, Methoden, Jo, brauchen wir Wissen, ja, mach einen schlanken Fuß. Huch, Chris, dein Bild zuckt. Hilfe, jetzt ist er weg. Aber es ist unglaublich wichtig, einfach dieses Menschliche zu sehen. Nicht nur, was die Werte angeht, wie wir uns fühlen, sondern wirklich den Zugang zu finden zu den Menschen, um zur Situation, um wirklich mit Fingerspitzengefühl im Idealfall dann auch das auswählen zu können, was wir brauchen. Dazu ist aber erst mal wirklich notwendig, dass wir vollumfänglich auch so ein bisschen verstehen, wo es schießt. Und ich glaube, das ist so die größte Kunst. Ja, wir haben jeden Tag 24 neue Stunden. Die Frage ist halt, für was wir diese Zeit aufwenden. Zeit im Projekt ist, wow, das, wovon alle eigentlich immer zu wenig haben. Aber es ist unglaublich wichtig, Dingen Raum zu geben, die menschlichen Aspekte zu betrachten. Denn Projekte, ich sage es immer wieder, sind für Menschen, von Menschen, mit Menschen gemacht. Und da muss einfach irgendwo auch alles passen. Also so diese Zwischentöne. Ich glaube, deswegen hat mir das auch mit diesem integralen Modell so unglaublich gut gefallen. Diese ganzen Zwischentöne und dieses ganze Emotionale und dieses ganze, das können wir jetzt gar nicht in so eine Form pressen. das ist wesentlich wichtiger und wird, glaube ich, von ganz, ganz vielen unterschätzt, die dann denken, ach, da müssen wir doch jetzt mal kurz eine Transformation machen oder da führen wir doch jetzt mal eben ein neues Tool ein. So wird das halt einfach nicht funktionieren. Ich glaube, das ist relativ deutlich geworden, auch bei den Dingen, die du, lieber Axel, uns da so nahe gebracht hast. Auf eine sehr, sehr angenehme Art und Weise. Dem kann ich mich anschließen und Frank, deinen Einwand fand ich auch gut. Bin ich auch komplett bei dir. Vielen Dank, Michael. Ich kann da 30 mal Ja sagen. Und ich habe da auch immer das Bild von den Augen. In den 70er, 80ern hat man am Fließband Job Enrichment eingeführt, dass sie nicht nur Schrauben von links nach rechts drehen, sondern hätte auch mal Schrauben von rechts nach links drehen dürfen. Und vielleicht ist es wirklich mal Sinn, auch sowas wie die Scrum Master oder nennen sie Team Coach, ist egal, einzuführen und denen auch mal vielleicht keine agile Coaching-Ausbildung, sondern eine ganz klassische, systemisch-konstruktivistische Coaching-Ausbildung zukommen zu lassen. Ich hätte Hypothese in komplexen Problemstellungen, wo ich kollektive Intelligenzräume aufbauen möchte, Big Room Planings und so weiter. Ich glaube, das gibt ein ROI. Aber es ist nur meine Hypothese, natürlich. Ich hatte auch noch ein paar Gedanken, aber Eugen hebt schon länger die Hand. Ja, auch von meiner Seite. Ich war sehr angenehm überrascht, was ich da gehört habe. Ganz anders, was man sonst so hört. Mir ist noch etwas nicht ganz deutlich, und zwar kompliziert gegenüber komplex, im Voraus planbar und nicht im Voraus planbar. Wie muss ich das sehen? Wie wird das konkret angewendet? Ja, kann ich gerne kurz darauf eingehen? Also wir haben sogar kurz überlegt, Chris und ich, ob wir ein Spiel heute noch einbauen, aber aus Zeitgründen haben wir es dann gesagt, es wird dann doch den Rahmen sprengen. Ich lade euch mal ein, wenn ihr irgendwo mal seid vor Ort mit der Gruppe von so ab sieben, acht Leuten funktioniert, stellt euch zufällig in den Raum hin, sucht euch verdeckt, ohne es zu sagen, zwei andere Leute in dem Raum. Sie dürfen nicht wissen, wer ihr ausgesucht habt, und fangt dann an, gleichseitige Dreiecke zu bilden, indem ihr langsam herumgeht. Dann habt ihr nämlich ein komplexes System erfunden, wo alle Kommunikationsketten mit allen Kommunikationsketten verbunden sind. Und ihr könnt dann als Projektmanager nicht mehr im Voraus planen, wenn ich diese Übung mache, wie lange wird das dauern, wie wird das enden? Also wenn es keine Zahl ist, die durch drei dividierbar ist und ihr viel Glück habt, wird es wahrscheinlich nie enden, was mathematisch gar nicht auflösbar ist. Ihr könnt aber den Rahmen schaffen. Ihr könnt bestimmen, wie groß der Raum ist. Ihr könnt sagen, ja, nach maximal zehn Minuten bricht man ab, dann ist es gut genug. Ihr könnt sagen, probiert mal zwei Minuten und überlegt der Strategie, bis es besser gehen kann. Also wir arbeiten dann in diesem Bereich sehr viel mit, wir arbeiten mit sehr viel Planung. Also gerade im Lean Agile Bereich wird verdammt viel geplant, aber in unterschiedlicher Granularität. Wir sagen, meine Tagesplanung, die weiß ich ganz genau. Meine Teamplanung weiß ich vielleicht so ziemlich genau die nächsten zwei, drei Wochen im Voraus. Wenn ich jetzt in Safe zum Beispiel denke, so ein PI, zehn, zwölf Wochen, da weiß ich nicht genau, wie ich was umsetze, aber ich weiß relativ genau aus Business Objective Sicht, was werde ich erreichen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es erreichen werde in dem Quartal, aber ich kann gut abschätzen, was ich erreichen werde. Und darüber hinaus habe ich dann Visionen, so im Sinn von Within this decade, we will send a man to the moon and we will bring him back safe again. Also Zeit ist klar, eine Dekade, Mission ist klar, rauf zum Mond, non-functional requirement, soll nicht sterben, wieder heil zurückkommen, so in die Richtung. Okay, wenn ich das richtig verstehe, dann geht es jetzt rein ums Projektmanagement, ja, nicht um das Projekt selbst. Und da mal konkret, ja, sorry, hast du das richtig verstanden? Ja, also es geht vor allem mal um die Problemstellung. Wenn der Inhalt des Projektes komplex ist, das heißt, wenn ich, mal eine ganz kurze Frage, habt ihr alle einen Stift und einen Zettel bei der Hand? Ja, ein ganz kurzes Beispiel für eine komplexe Problemstellung. Nehmt mal einen Stift und einen Zettel, ja, habt ihr alle schon mal als Kinder ein Pferd gemalt? Habt ihr schon mal alle? Gebt ihr doch mal irgendeinen Hinweis, wie lange würdet ihr brauchen, um ein Pferd zu malen? Eine Minute. Eine Minute, passt. Dann malt bitte mal kein Pferd, sondern einen Elefanten in zehn Sekunden ab jetzt. Und zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und fertig. Hat funktioniert? Ist auf dreißig. Also das war jetzt die Iteration eins, der Prototyp zur Lösung einer komplexen Problemstellung. Genau, zeig mal her, sind es lauter Ortefanten geworden oder wie gucken Sie aus? Ziemlich Ortefanten. Ziemlich, ja, komm, perfekt. Ah ja, cool Ortefant, danke. Die Vision dazu ist, ihr seid ein Transportunternehmen und tut mit Tieren Sachen transportieren. Ein Kunde ist reingekommen, er braucht morgen sofort zehn Elefanten, er muss was transportieren. Ihr zeichnet das kurz mal auf und zeigt ihm, das kriegst du morgen. Jetzt kommt die Komplexität der Problemstellung, der sagt, oh, jetzt wo ich diesen Elefanten sehe, jetzt wo ich ihn in der Hand habe, und mir das vorstellen kann, jetzt fallen mir ein, also in Salzburg hat es die letzten zwei, drei Wochen furchtbar geschüttet mit Hochwasserüberschwemmungen, alles ist voll Morast, die Elefanten sind zu schwer, die sinken ein, ich kann keine Elefanten gebrauchen, was hättest du sonst zur Auswahl, was leichteres? Ich kann dir Pferde geben. Okay, Pferde sind leichter, die sinken nicht ein, können weniger transportieren, können schneller hin und her laufen. Passt, nehmen wir Pferde, aber blöd, Elefanten hätten einen Marketing-Effekt gehabt, Elefanten in Salzburg siehst du nicht jeden Tag, kein Problem, wir machen auf die Pferde Streifen rauf, dann glauben wir, alles ist ein Zebra. Würde sich jetzt der Witz auch mit Löwen in Berlin anbieten, das ist wieder ein anderes Thema. Also, solche komplexen Problemstellungen bearbeiten wir dann, wenn wir wissen, ich habe so und so viele Güter, ich weiß ganz genau den Zustand der Straße, ich kann das alles manifestieren, das ist alles schon vorher festgelegt, dann wäre das ein Waste, dann mache ich das nicht. Dann habe ich eine komplizierte Problemstellung, Tunnelbohrung und so weiter, runterrechnen, in zwei Jahren das Tunnel durchbohren, fertig. Wenn die Anforderungen nicht klar sind, wenn der Kunde beschreiben kann, was er ungefähr braucht, den Use Case, aber nicht, wie es hingehen soll, wenn die Technologie noch gar nicht klar ist, dann habe ich eine komplexe Problemstellung. Dann habe ich eine ganz klare Vision, wo es hingeht und ich kann sagen, okay, das Einzige, was ich weiß, ich kann dir in zehn Minuten einen Prototypen liefern, damit du mir als Feedback ein besseres Bild von deinem Kopf geben kannst. Also so in diese Richtung arbeiten wir dann auch. Dann hätte ich ein konkreteres Beispiel und zwar in meiner Erfahrung, wenn Unternehmen agil auftreten wollen, als Unternehmen, nicht nur in der Softwareentwicklung, da müssen agile und zugleich zuverlässige Entscheidungen getroffen werden. Und jetzt gibt es Dinge wie Business Intelligence. Da werden also über die Mathematik Daten gesammelt und zur Verfügung gestellt. Das ist alles schön und gut. Ich bin selbst Mathematiker. Es funktioniert bis zu einem Kipppunkt. Was Entscheidungsträger aber nötig haben, sind nicht nur die Zahlen aus der Mathematik, sondern auch Muster, Muster, Daten, die nicht über so ein mathematisches Projekt geliefert werden können. Und dann ist für mich die Frage, wie geht man damit um jetzt? Weil letztendlich, was passiert, Zahlen zählen, anderes fällt unter den Tisch, so stehen die typischen Managementfehler. Die wollen wir doch gerne vermeiden, wenn man agil auftreten wollen. Ich gehe mal ganz kurz darauf ein, Ja, also wir arbeiten in der Lean-Agile-Welt oder in dieser Blase sehr viel mit Dezentralisierung. Also lasst die Entscheidung dort stattfinden, wo das Wissen ist. Das heißt aber auch, wir versuchen als Grundstrategie gar nicht mal alle Zahlen nach oben zu bekommen, um oben zu entscheiden, sondern wir versuchen mal dort, wo wirklich die Entscheidungen stattfinden müssen, vielleicht auch auf Team-Ebene, so zu entebeln, dass sie selber entscheiden können. Zeitner unter Wissen, und nur dann, wenn sie sagen, ich kann es nicht selber entscheiden, dann die Entscheidung hochzugeben. Das ist auch mit dem Planungsprozess selber. Also wir machen bei Big Group Planings, das größte, weil ich dabei habe, waren knapp 2000 Leute, große Big Group Planings, 50 Leute, 100 Leute, 2000 Leute, ein, zwei, drei Tage und die tun dezentral diese Komplexität des Planungsprozesses auflösen. Das heißt, ich als Projektmanager mache nicht die Detailplanung, ich als Projektmanager stelle einen intelligenten, kollektiven Wissensraum zur Verfügung und stelle sicher, dass die eine gute Planung abliefern können. Also wir arbeiten auch sehr viel in diese Richtung da. Okay. Natürlich, wenn ich ein Manager bin, der am linken oberen Quadranten sagt, ich finde es einfach persönlich so extrem super cool und geil im Microsoft Project so Dinge runterzubrechen und ich mache das nicht abgeben, dann ist es nicht böse gemeint, es hat mir auch immer einen Spaß gemacht, ja, dann habe ich einen Clash innerlich, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich mir überlegen, wie möchte ich damit umgehen. Danke für die Frage. Ich glaube, Alex hat die Hand noch oben, aber wir hören dich nicht. Oder ich nicht. Liegt mich nur an mir, oder? Ich konnte auch nichts hören. Gemütet bist du nicht. Knopf am Headset. Manche falsche Mikrofon vielleicht aktiviert, wenn man mehrere hat. So wie bei mir. Ja, ich habe es auch. Oder sonst ein Chat rein. Headset nochmal neue connecten. Ja, vielleicht darf ich dann kurz zwischendurch, wenn es okay ist. Genau, ich wollte mich auch nochmal bedanken, Axel, wir kennen uns ja schon lange und ich finde es auch super, deinen Vortrag gelauscht zu haben und habe es wie immer gern getan. Tatsächlich hat er mich an eine Situation erinnert, da war ich vor vier Jahren schon, vor Corona noch, auf der Agile Bodensee und da waren die Erfinder dieses Modells da und haben das vorgestellt in einem Workshop und jetzt habe ich es wieder erkannt. Ach, da ist sie wieder. Die Integrale Landkarte und so weiter und wir haben dort auch geübt, so ein bisschen anhand eben auch von Selbsteinschätzungen da mit Spinnendiagramme und so zu erstellen und sie haben damals auch wirklich wissen wollen, ob das gut ankommt und mich freut es richtig zu sehen, dass das Verbreitung findet und ich finde, das verdient es auch. Das ist eine ganz tolle Arbeit, die dahinter steckt. Meine Frage an dich, wer hattest du es denn auch schon mal in der Praxis im Coaching angewendet, das Landkartenmodell speziell, mal so ein Spinnendiagramm gemacht? Ich habe es einmal in einem Training eingesetzt, im Teamtraining, die sich so etwas in der Art gewünscht hatten und es war sehr interessant. Wir sind natürlich aber auch schnell an Grenzen gestoßen, wo das Team halt auch feststellen musste, okay, an der und der Stelle können wir eh nichts machen. Was hast du denn da so für Erfahrungen gemacht? Also ich habe es schon eingesetzt im Einzelcoaching und auch im kleineren Bereich. Ich bin da gerade noch in einer Verhandlungskonsulting, ich werde vermutlich demnächst auch bei einem bekannteren, größeren Kunden einsetzen, wo es mich auch freut, dass es ein Salzburger Kunde ist. So viele Konzerne haben wir nicht in Salzburg, kann man auf einer halben Hand abzählen. Ich bin auch zum IMU hingepilgert, habe dort eine Ausbildung gemacht und auch sehr viele Praxisbeispiele gesehen und mache da jetzt gerade noch eine weitere Ausbildung dort, wo ich ganz begeistert bin und erlaube dir auch mal ganz kurz Werbung machen. Falls sich wer dafür interessiert und ihr beim IMU Augsburg unter dieser URL, die eingeblendet war bei der Präsentation, was machen wollt, macht dieses zweitägige Kurzprogramm und macht es vor Ort und nicht remote, weil da habt ihr die richtig guten Leute vor Ort und das ist echt eine verdammt gute investierte Zeit, diese zwei Tage. Und damit komme ich dann schon zum nächsten Punkt, weil das Ganze geht ja weiter, es geht dann auch Richtung Otto Schama, Theorie U und so weiter und wie komme ich überhaupt zu diesen ganzen Prozessen und Werten, die ich da brauche. Für mich macht es zum Beispiel Sinn, bei einem Einzelcoaching-Kontext, wo ich die Person längere Zeit begleite, wie macht es Sinn für einen Team-Kontext, wo ich die Person längere, die Teamlänge begleite und es macht für mich auch Sinn im Bereichs- oder Organisationskontext, wo ich wirklich im strategischen Management drinnen bin und Zeit und Raum dafür habe. Weil auch ganz klar, wenn ich so eine Landkarte machen möchte, entweder die gesamte Organisation oder nur einen Bereich daraus, ich brauche aus jeder Führungsebene wen und ich muss auch ein bisschen in die Breite gehen, also ich muss horizontal und vertikal überall Vertreter drin haben und das ist natürlich auch ein gewisser Aufwand, mit gewissen Kosten verbunden, damit was Sinnvolles rauskommt. Es soll ja wirklich jetzt nicht ein Berater hingehen und sagen, so sehe ich euch, das bringt ja nichts in dem Ansatz, sondern so sehen wir uns selber, da wollen wir selber hin und das ist für uns ein selbstgenerierter, intrinsisch motivierender nächster Schritt, den wir gehen wollen. Also man braucht dafür auch ein gewisses Zeitkontingent, ganz einfach. Auf jeden Fall, ja. Aber falls hier irgendwer ist, der Lust drauf hat, ich freue mich, ja. Jetzt war gerade nochmal die Frage im Chat, ob du nochmal den Namen nennen kannst oder quasi die Veranstalter oder wo man es findet. Ich gehe mal rein, das IMU.de, da müsste es drinnen sein, das IMU Augsburg. Das sind so ganz klassische, gute Berater, die haben ungefähr eine Homepage-Qualität wie meine. Ich habe da auch gerade versucht, mich zurechtzufinden. Man müsste auf der Akademie wahrscheinlich... Ja, ich suche da schnell raus, gib mir eine Sekunde. Ich habe da schon ein paar Sachen gemacht dort. Ah, ich glaube, ich habe es. Und zwar das Kompakt nennt sich das. Das nennt sich Integrale Landkarte Kompakt. Dauert zwei Tage. Die leben das auch wirklich selber, die haben teilweise so Modelle mit, das ist der Empfehlungspreis und zahl, was du willst und so weiter. Ist am Stadtrand von Augsburg malerisch mit einem Wäldchen und Bächlein, wo man dann draußen diskutieren kann. Also echt ganz toll dort. Nachdem ich ja von denen geklaut habe, mache ich gerne ein bisschen Werbung dafür. Hörst du mich jetzt? Ja. Ja, ah, das ist jetzt ein Problem, zumindest ansatzweise gelöst. Ich weiß noch nie, ob ich dran bin. Ist los. Ja, gerne. Du, ich bin das erste Mal hier bei euch dabei. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch trefft. Ich komme ja quasi von der anderen Seite des Schreibtisches. Ich bin ja quasi beim Kunden. Ich bin ja quasi der Kunde. Aber ich habe mal eine Frage. Und zwar, also ich bin PM nach SAFE in einem Versicherungsunternehmen. Und wir haben zwei wesentliche Herausforderungen. Ansatzweise habt ihr auch schon drüber gesprochen. Ich bin auch der Meinung, dass der Chain sehr erfolgreich ist, weil die Delivery sehr hoch ist. Also das, was committed ist im Big Room Planning, PI Planning, das wird tatsächlich geliefert. Und das ist eigentlich eine sehr gute Nachricht mal aus meiner Rolle heraus. Gleichzeitig ist es so, dass wir aber auch Herausforderungen haben im Top-Management. Ihr hattet das vorher mal angerissen. Das drauf einlassen ist nicht so einfach. Und ich höre ganz oft bei uns intern, das ist eine Reise. Und auf dieser Reise entwickelt sich das. Ich weiß bloß nicht, wie lange diese Reise noch dauern soll. Weil wir haben jetzt schon Jahre und wir sind immer noch auf der Reise. Meine Geduld ist endlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man am besten vorankommt, wenn man die Frage beantworten kann, what's in for me? Und zwar auf Ressort-Ebene. Dann bekommst du die Leute. Also dann bekommst du sie auch ran und dann gibt es auch ein Interesse. Du hast vorher so einen schönen Satz gesagt, Entscheidung, wo das Wissen ist, das ist aus meiner Sicht eine schöne Vorstellung, aber in der Praxis eher selten. Also klingt ja eigentlich das Szenario ganz gut, was du skizzierst. Und ich sage auch den Leuten immer, SAFE ist ein Template, ein Blueprint ist ein Startpunkt. Und nachdem man sich ständig verbessern möchte in SAFE, kann da auch mal was ganz anderes rauskommen als SAFE über die Zeit. Und auch zu den Fragen, wie du gesagt hast, ich versuche immer beim ersten Mal beim Kunden, der sagt, ich möchte in irgendeine Richtung gehen, SAFE oder LESS, ist ja egal, oder Scrum at Scale oder was auch immer, mal die Frage zu beantworten, wofür macht ihr das? Also wofür machen wir das? Gar nicht mal warum, weil warum ist für mich problembehaftet? Da bleibe ich stehen. Wofür? Was ist das Ziel? Und dann beim zweiten ist die ganz klassische Change Management, Transformationsmanagement-Lehre, wenn ich keinen Stake habe oder wenn ich keinen Vorteil habe, warum soll ich mich ändern? Das betrifft nicht nur Unternehmen, so sind wir Menschen. Also wir Menschen sind ressourcensparende Lebewesen, Denken kostet Energie, Veränderung kostet Energie, also wenn es mir nichts energetisch bringt, esoterisch immer, wenn es mir energetisch nichts bringt, warum soll ich es machen? Ja, ich kann mich selber mal erinnern an ein Gespräch, das war übrigens im Telekom-Bereich mit einem Upper-Manager, der gesagt hat, ja, Herr Stragel, alles schön und gut, was Sie sagen, Sie sind der Berater, ich habe eine Familienhypothek auf meinem Haus. Punkt. Ja, also das ist ein Argument. Ja, genauso. Ja, also wo es besonders immer markant wird, das ist ja dann im Priorisierungsprozess, weil alles Endliches, Ressourcen sind endlich, Budgets sind endlich. Und in dem Moment, vor der Priorisierung ist auch immer die heile Welt, das ist völlig normal, weil dann jeder immer mit einem positiven Mindset reingeht und sagt, ich werde jetzt berücksichtigt mit meinen Features, mit meinen Epics. In dem Moment, wo du schlechte Nachrichten verbreiten musst und das ist auch ein Teil der Rolle, also Good News kann jeder, Bad News, das ist die Herausforderung, um das auch so zu platzieren, dass der andere nicht vom Stuhl fällt und auch ein Ziel irgendwo weiter hinten sieht, vielleicht nicht in der Stage, aber etwas später. Aber da verlierst du dann die Menschen, genau da. Also bei Bad News verlierst du Menschen und das ist wirklich eine Herausforderung. Also das zehrt auch am Team. Ja. Also du sprichst uns ja als spezielles Thema an, das ganze Priorisierungsthema und mit Lean Portfolio Management Sachen, Lean Agile schneiden, damit wir schön runterkommen, was ganz wichtig und wertvolles Thema ist. Chris, da haben wir schon ein Spin für das nächste Mal. Ich habe so ein paar Folien-Sets, wie man aus meines Sicht safe einführen sollte, wie man safe ganz schnell kaputt machen kann und da garantiert nämlich sogar. Und da gibt es auch so Themen wie zum Beispiel dieses WSJF, Weighted Charters Job First, Priorisierungsthemen. Alle sechs Wochen. Das ist ein ganz tiefes Thema. Mein ganz schneller Tipp ist jetzt natürlich Eigenwerbung für die Beraterwelt. Bevor sowas rund läuft, von irgendjemandem moderieren lassen, der überhaupt keinen Steak drinnen hat, also wer externer und von irgendjemandem moderieren lassen, der eine, das ist bis heute noch nicht, was ein Agile Coach ist, aber manche so nennen, aber irgendjemanden moderieren lassen, der eine ganz klassische Coaching-Ausbildung hat und da wirklich wertefrei reingehen kann und sich auch nie persönlich angegriffen fühlt, schon immer nur seine Rolle erfüllt. Also meine Erfahrung ist, am besten ist, knallen mal die Türen laut, weil dann funktioniert es das nächste Mal. Das kann ich bestätigen. Also Weighted Charters Job First ist tatsächlich etwas, was funktioniert. Habe ich auch gute Erfahrungen mitgemacht, muss ich wirklich sagen. Bis zu dem Zeitpunkt auch wieder, dass etwas unter die Linie rutscht. Aber wenn es für die Quadranten durchgehst, WSJF-Provisierung ist rechts unten. Das ist praktisch, was sieht man von uns außen? Wir machen eine Priorisierung. Das, was sich dann abspielt, ist mal einerseits, ich innen als Manager. Wenn ich da jetzt mitspiele, kriege ich eine Budgetkürzung, wird ein Jahresbonus gekürzt, wie wirkt sich das auf mein Machtverhältnis aus? Und auch dann wir innen, was pflegen wir diesbezüglich in der Kultur untereinander? Pflegen wir eine Kultur untereinander, dass wir das ausgleichen oder schaut jeder auf sein Häppchen? Also da sind wir genau im Quadrantenmodell. Ich durfte mal eine Universität begleiten. Die wollten ein gemeinsames Projekt machen für einen Datenspeicher. Da habe ich auch erlebt, auch auf der Universität, die Institutskultur gemeinsam mit anderen Budget zu sharen, ist endend wollend. Das ist eigentlich ein Klassiker für das Quadrantenmodell. Und da müsste ich überlegen, okay, möchte ich jetzt eine bessere Moderation haben vom WSJF-Workshop oder mache ich mal, bitte ich dem Management Coaching an, Einzelcoaching? Was ist zielführender? Für mich so ein Klassiker, wo das Quadrantenmodell helfen kann. Danke. An der Stelle mal eine Frage reingehakt. Würdest du dann sagen, wenn ich als Organisation erkenne, wir haben da etwas vor, was ich mit der existierenden Organisation so erstmal ohne eine Riesentransformation gar nicht erst probieren sollte, wird entweder lange dauern, viel kosten oder sehr viele Köpfe zermürben. Das macht die Organisation nicht mehr, dass man dann sagt, wir gründen, ähnlich vielleicht wie es BMW bei der E-Fahrzeugentwicklung gemacht hat, eine eigene Organisationseinheit und gucken, dass wir dort die so aufstellen, die Köpfe zusammenholen, die zu dem Unterfangen passen. Oder reicht das noch gar nicht? Also wenn du ein bisschen in die Pressemeldung von Automotive der letzten drei Jahre zurückblickst, hast du vielleicht mitverfolgt, was die Volkswagen mit der Carat gemacht hat und dass der Dies nicht mehr Dies, sondern Blume heißt. Also es funktioniert super, das Ganze. Also es ist jetzt ein Thema von Innovationsmanagement. Es kann natürlich einen Sinn machen, sowas auszugliedern, um hier einfach praktisch von Null mit einer Kultur loszustarten. Es muss aber auch ganz klar sein, das sind zwei unterschiedliche Systeme. Ich kann die da nicht wieder einfach zusammenflanschen. Und das habe ich auch schon live miterlebt, zweimal. Wenn dann auf einmal das kleinere System mit der Kultur X mit lauter Mitarbeitern vom Muttersystem überschwemmt wird, dann gewinnt auf einmal das größere System und frisst das kleinere. Aber da können dir Soziologen, Sozialforscher noch besser ausgeben wie ich. Aber da sind wir wieder in der Systemtheorie. Also das ist dann wirklich eine tiefe Frage von Innovationsmanagement, strategischem Management. kann man dann auch sagen, okay, ich mache dort Grundlandtechnologie, mache Technologietransfer ins Mutterunternehmen. Das ist eine ganz tiefe Entscheidung. Aber ja, wenn ich dann erkenne, zum Beispiel mit dieser Landkarte, da habe ich einen riesen Gap. Und so wie Menschen gebaut sind, eine Transformation kann auch mal zwei Jahre dauern, bis sie flüssig funktioniert. Nicht, weil wir nicht wollen. Wir sind halt Menschen, Gott sei Dank. Ja, langweilig sonst. Da kann ich mal auch strategisch überlegen, ich gliedere es jetzt besser aus, wohl wissend, dass ich zwei unterschiedliche Systeme habe und wohl wissend habe ich auch schon erlebt, es reicht schon, wenn der CFO die Finanzen vom anderen System steuert und schon funktioniert es nicht. Also auch tiefer dann gucken, das ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Ja. Das war jetzt die klassische Beraterantwort, ja, kommt darauf an. Das hätte ich wahnsinnig viel anderes erwartet. Doch um mal eine Option zu zeigen, nicht gleich alle auf einmal transformieren zu müssen, sondern zu Stücke zu differenzieren, was lohnt sich vielleicht wirklich mal auf der grünen Wiese? Ja, das geht schon. Und zwar, ich sage es immer so, wenn jetzt diese Landkarte hernimmt, diesen Bereich, ja, dann muss es eine Stufe darüber eine Führung geben, ein Management, das sagt, wie die schützende Hand, da kommt kein Spalter zwischen, wie Leuchttürme gehen wir voran, wir wollen, dass ihr das genauso macht, ja. Und die müssen sich dabei auch einig sein. Dann funktioniert es auch über den Bereich natürlich. So wie der eine wie ich als Beispiel gebracht habe, der, der mit seinem Team nach dem Mittagessen spazieren gegangen ist. Und da können mich alle schimpfen, da können alle sagen, ich darf das nicht, ich mache das und schmeiße mich raus. Also der, solche Menschen braucht er dann halt, ja. Wie kriegt man denn jetzt dieses Alignment? Weil, also, ich bin im Banking unterwegs und wir haben jetzt von der Muttergesellschaft so ein Agile Target Operating Model bekommen, das muss jetzt eingeführt werden. Wir machen seit zwei Jahren schon eine Agile Transformation. Es werden immer wieder riesige Projekte reingedrückt. Die Leute haben wirklich bis da zu tun. Und jetzt wollen wir noch mal oder noch weiter transformieren. Es sind teilweise auch wieder die gleichen Leute als Sponsor dafür unterwegs. CEO hat er jetzt gewechselt. Da kommt jetzt mal ein bisschen frischer Wind. Aber. Es gibt natürlich keine grob galaktische Antwort, ja. Das ist mir klar. Das gibt es nicht. Und wenn man das, wenn man das von außen raufgedrückt bekommt, um es mal so zu wörden, ja, dann heißt das im Endeffekt, wenn es nicht reinpasst, habe ich Widerständen. Wenn ich raufdrücke, gibt es noch mal Widerstand von beiden Seiten, ja. Und genau sowas oder genau das, das eines Mal mit dieser bildete Organisation, kann man sich mal überlegen, ist das mehr so ein Zahnradmodell, so ein Maschine. Maschine, exactly. Ja, genau. The Maschine, ja. Und wenn ich einer Maschine sage, du sollst jetzt noch schneller als Maschine funktionieren, wenn du nicht mehr als Maschine funktionierst, dann habe ich einen Clash ganz einfach, ja. Also dann, ich habe auch schon öfter als Berater dann gesagt zu Kunden, es tut mir leid, aber da muss ich Auftrag ablehnen oder abrechnen, weil es macht so keinen Sinn. Also wenn man nicht in die Richtung gehen möchte, dann ist ja auch gut, also man muss ja nicht in die Richtung gehen, ja. Und sonst kann man sich auch mal mit diesen Quadranten überlegen, ist das, was jetzt reinkommt, da kommt irgendein neues Prozessmodell, das ist wieder rechts unten, das ist das, was praktisch wir außen gesehen wird. Da kann ich auch mal überlegen, ganz einfach, wie geht es mir persönlich damit, links oben. Also wenn ich nur das Gefühl habe, das hilft mir nicht, dann muss ich mich noch schneller im Hamstergrad drehen. Da sind wir wieder bei dem, was Alex gesagt hat, warum soll ich das machen, wenn es mir nichts bringt, sondern meine Lage verschlechtert. Also mache ich Widerstand, ja. Und wenn dann, haben wir wieder können, wollen, dürfen, tun und das Wollen und das Tun müssen im Einklang sein und dann sind wir wieder bei der Autopoiesis mit dem selbst erhaltenden System, weil das, was ich denke, denke wahrscheinlich nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen und Kollegen und dann haben wir Gruppendynamik und dann geht die Gruppendynamik dagegen und das Management drückt noch mehr und dann sind wir halt echt im knallhaltenden Maschinemodell, dann wird der Vorstand ausgewechselt, politisches System und so weiter und so fort. Das kann man sich dann alles schön zusammenräumen und dann ist die Frage verorten, wo ist meine Selbstwirksamkeit? Also wenn mir das als Person nicht passt, dann hilft es mir im Endeffekt nur zu gucken, wo ist meine Selbstwirksamkeit und kann ich vielleicht mit meinem Teamlead oder mit irgendwem Quatschen, ich weiß nicht, ob ihr auch Coaching habt oder sowas, und zu sagen, also ich finde für mich persönlich, das geht nicht in die richtige Richtung, kann man da irgendwie dran wirken, also kann ich meine Selbstwirksamkeit vergrößern. Sehr vorsichtig bin ich mit Graswurzelrevolutionen weil die erstens rechtlich im Graubereich sind und meistens auch nicht funktionieren. Da ist zu wenig Wurzel, zu wenig Gras, zu wenig weiß ich nicht. Aber vielleicht mal einfach für dich verorten, was ist das eigentlich so, was für ein Bild kommt bei dir hoch? Du kannst auch mal mit dieser Landgreife spielen, wo siehst du das aktuell? Was müsste aus deiner Sicht hier eigentlich passieren? Und dann mal verorten, kann man mit dem Finger hin und her erfahren, bis wohin bist du selber wirksam? Und Guided Coalition, also keine Graswurzelrevolutionen, sondern Guided Coalition, wer der vielleicht noch wirksamer ist, mit wem kannst du in Kommunikation treten, wertschätzen, du guck mal, ich habe mir da Gedanken gemacht, kann man mal einen Kaffee trinken, wie siehst du das? Also oft ist es so eine Strategie, ich sage dir nicht, was richtig ist, sondern ich habe eine Problemstellung, hilf mir du mal. So ein bisschen umdrehen. Eine grob galaktische Antwort. Oder nah ist es schon offenlegen von den Gedanken, die schon teilweise schon da sind. Dieses Modell kannte ich jetzt noch nicht, damit werde ich mich mal auseinandersetzen. Danke. Danke dir. Ich weiß nicht, ob das so eine Generation Y-Perspektive ist, die ich jetzt mit reinbringe, aber es ist ja, jedes Mal, wenn sich das Unternehmen spürbar verändert, für das ich arbeite, dann stelle ich mir ja schon die Frage, ist das noch das Unternehmen, bei dem ich mich mal beworben habe? Kann ich ja noch das realisieren, wofür ich mal angetreten bin? Kann ich noch das, wo du sagst, Selbstwirksamkeit, die Ziele erreichen, die auch auf meiner Agenda stehen, was auch immer das für Ziele sind? Und wenn dann eben große Initiativen das Unternehmen umformen wollen, dann ist es ja fast die Frage, bewerbe ich mich bei diesem neuen Unternehmen? Und ich glaube, es war die ING Diba, die da relativ vorgeprescht ist, auch PR-mäßig bei der agilen Transformation und eben auch sagte, Nebeneffekt war eine sehr hohe Kündigungsquote beziehungsweise Fluktuation oder Neueinstellungsquote. Und ich glaube, dem muss man sich dann als Organisation nur auch bewusst sein, dass das dann vielleicht, also entweder sich, dass das gewünscht ist oder nach sich zieht als Konsequenz, oder? Das ist ein super Punkt, Chris. Das ist wieder ein Thema vom klassischen Transformations- und Change-Management. Wenn ich sowas mache, kann man auch Zahlen, Daten, Pakten nachschauen, ist gut wissenschaftlich erhoben, habe ich eine gewisse Grad von Fluktuation. Also ich werde mit einer größeren Transformation immer auch Leute verlieren. Es bietet sich natürlich an, über Begleitung, Coaching, nicht immer die Personen wertschätzend zu verlieren, weil dann kommen sie vielleicht doch wieder oder es kommen andere Leute rein. Es bietet sich auch an, über Coaching hier, sind wir beim Glasl-Modell, Konflikte, die eigentlich außerhalb sind, zu beseitigen, dass Leute doch weiter mitkommen, das mittragen. Aber wenn ich jetzt, da bin ich jetzt wieder beim Integral-Modell, links oben, ich innen, ja. Wenn ich jemanden habe, der sagt, ich kann dieses neue Modell mit meinen inneren Werten nicht tragen, das will ich nicht, ja. Und ich biete den Coaching an, der kommt im Coaching drauf, ja, danke für das Coaching, jetzt weiß ich, ich will es wirklich nicht tragen. Ja, dann ist es halt so. Und dann, möglichst wertschätzend, die Sache klären, ja. Du sagst, da gibt es wissenschaftliche Daten dazu. Spontan, was ich mir gedacht habe, bei der Beschreibung ist, ich würde jetzt nicht aus dem Nähkästen zu viel plaudern, aber wenn die Transformation zwar bestimmte Sachen verspricht, nicht, aber so wie es umgesetzt wird, in Wirklichkeit etwas ganz anderes produziert, sprich, dass dort neue Menschen ihre Hügel sich sichern und zwar in neuen Namen und neuen Strukturen das Organigramm gemalt wird, aber de facto es zu einer Verschlechterung führt gegenüber dem Zustand vorher. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, es kommt auch vor, die strategische Transformation, um dir die eigenen Pründe zu sichern, ja. Genau, und dass das dann eher der Grund ist, warum viele Leute das verlassen, das Unternehmen. Das kann passieren, es gibt leider auch Beispiele, ich möchte es auch keinen Namen nennen, es gibt auch Beispiele, wo bewusst Changes gemacht werden, um Mitarbeiter abzubauen, also wo es dann, da gibt mal bekannte Beispiele, die Presse gegangen sind, in Standortverlegungen, zu einem ganz blöden Standard, weil man halt Mitarbeiter abzubauen wollte, also von sowas distanziere ich mich dann auch, ja. Ja, ich dachte mir, so an erstmal Inkompetenzgeschichten. Es gibt aber auch schöne Beispiele, ich kenne den Namen vergessen, war schon vor ein paar Jahren IT-Dienstleister, Mittelstandler in Mitteldeutschland, der hat gesagt, wir machen zum Beispiel, wir schauen, dass wir mindestens 70 Prozent Frauen in der Führungsquote haben, damit wir die jungen Abgängerinnen von den Unis abschröpfen. Ja, ist eine Strategie, hat auch funktioniert. Auch so kann man das denken, ja. Ja. Und na klar, wenn ich jetzt weiblich bin, aus der IT komme, eine Männchen belastete Termine, da gibt es ein IT-Unternehmen mit 70 Prozent Frauen in der Führungsriege, dann werde ich mich vielleicht eher dort bewerben, also kann man auch positiv denken, das Ganze. Ich glaube, der Konflikt wäre dann einfacher, wenn das immer so eindeutig wäre, also wenn quasi ein Stil in dieser Organisation, sagen wir jetzt einfach mal, von der Geschäftsführung durchgezogen wird und erkennbar ist. Häufig sind ja, wenn gerade größere Organisationen sind, das schon mal lokal distributed und dann auch von den Einheiten und Funktionen haben die dann unterschiedliche Facetten und Charaktere. Ich denke an meine Zeit bei Danone zurück, es macht einen Unterschied, ob du im Headquarter sitzt oder an einem Produktionsstandort in Deutschland oder in Belgien oder in Spanien oder in Brasilien oder in Nordamerika, in Kanada, wo ich auch gearbeitet habe. Das ist dann so ein Hin- und Hergerissen, also wo erkennt man es noch wieder, womit kann man sich identifizieren, wo nicht und wie viel Einfluss habe ich da drauf, mich da drin zu bewegen, was dann glaube ich ausschlaggebend ist, ob man das Schicksal in die Hand nimmt und mitmischt und Einfluss nimmt und sich engagiert und trotz vielleicht widersprüchlicher Strömungen immerhalb von der Organisation noch dranbleibt oder ob man das Handtuch wirft. Also da kommt schon, du hast es mit den vier Dimensionen schon reingebracht, viel aufeinander, bis was stimmig oder wirklich komplett unstimmig ist, wenn man dann eine Entscheidung wirklich treffen kann. aber gerade wer einen Anspruch hat, da was abzuliefern, sich einzubringen, einen guten Job zu machen, klemmt halt wahrscheinlich dann einen Ticken länger dran und will es gar nicht wahrhaben. Ja, das ist echt knifflig, weil es eben nicht so, wir sind jetzt ja alle gelb oder alle orange, so leicht ist das. Das ist ein guter Punkt, was ich ganz spannend finde, ist, keiner meiner Kunden und keiner von Unternehmen, mit denen ich aktuell spreche, haben ausreichend viele Mitarbeiter. Das Geschäft läuft gut, Bücher sind voll, alle suchen Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte. Wir haben eine Generation, die viel selbstbewusster auftritt wie früher, also das, wo angefangen, Pension gegangen, Rente gegangen, dort ist vorbei. Jetzt habe ich auch Gespräche mit Organisationen, da sage ich, wenn es jetzt nicht funktioniert, wenn eure Projekte jetzt nicht skalieren und nicht funktionieren und ihr holt noch mehr Leute rein, dann steigert die Komplexität und dann wird es vielleicht nicht besser, sondern schlechter werden. Dann kann es passieren, dass ihr mit mehr Leuten, ihr kennt diesen Witz, bringing Ressources to a late project, makes the project even later, dann kann es passieren oder wird passieren, dass es mit mehr Leuten Komplexität und Kommunikationshölle noch größer wird und es wird schlechter, weil nicht besser. Versucht doch mal nach innen zu skalieren und mal mit den Leuten, die ihr habt, einfach mehr zu leisten und mal so zu denken. Also wie können wir, und da sind wir wieder bei wie viel Organisation gehört, der Mensch und dieses Lumen-Prinzip, wie können wir zum Beispiel die Arbeit zu den Menschen bringen und nicht die Menschen zu der Arbeit bringen. Da rede ich von der Sache, dass ich oft erlebe, ich bin in einem Team, in welchem bist du? Ja, ich bin in fünf Projektteams. Warte mal, du kannst nur in einem Team sein, du bist in fünf Projektgruppen, weil pro Projektteam musst du ungefähr 20% Verlustkosten rechnen, dann bist du eigentlich schon ein Minusposten, mehr oder weniger bei fünf. Also hier auch mal einfach nach innen denken mit der Skalierung. Und wenn ich jetzt auch, ich arbeite jetzt gerne Zahlen, Daten, Fakten zu Generation XYZ, aber was ich so im Groben weiß, ist das Auftreten von denen schon ein bisschen anderes. Was wiederum schwierig ist, dass die Generation Teilzeit ist und dann ist es wieder schwierig zum Handeln mit kollektiven Intelligenzräumen und Teamarbeit. Das kann bei Teilzeit wieder eine ganz andere Schwierigkeit mit sich bringen. Das ist ein anderes Thema. Wenn ich vielleicht zu dem Thema Fachkräftemangel noch was hinzufügen kann, das ist gerade von einem aktuellen Projekt gekommen. Und zwar hat sich da herausgestellt, dass es viele versteckte Hindernisse gab und niemand sich dafür verantwortlich geführt hat. Und wenn da so ein externer Konzert reinkommt, kann man sich vorstellen, was passiert. Menschen denken, da kommt wieder so jemand und gleich ist Widerstand da. Aber was da sehr gut funktioniert hat, ist einfach zuhören und Coaching. Zuhören. Was sind die versteckten Hindernisse? Welche einfachen Lösungen gibt es da? Und dann nicht jeden abarbeiten, sondern wo sind die Hindernisse des Höchst Chance? Und dann die paar mit der höchsten Priorität voranbringen, wo die höchste Wertschöpfung möglich ist. Und so war es überraschenderweise, nein, eigentlich nicht überraschenderweise, es war möglich, die Mitarbeiter zu gewinnen und die nichtproduktive Arbeit drastisch zu reduzieren. Cooles Beispiel, danke. Kennt ihr Simenek, Always Start with the Why? Also wenn ich intrinsische Motivation haben möchte, mir fällt der Name nicht ein, es gibt in der Schweiz eine Resilienzforscherin, die hat in Hospizen, also wo Leute zum Sterben dort sind, hat sie Pflegerinnen und Pfleger von Wachkommapatienten befragt, weil die psychisch sehr belastet sind von dieser Arbeit, weil sie immer bei den Nichtpflegerinnen Reihigungskräfte, weil sie immer durch diese Zimmer durchgehen von den Wachkommapatienten, die ihn teilweise auch anschauen, aber halt keine Reaktion haben, dort zu reinigen, das ist eine ganz belastende Tätigkeit, die hat sie befragt, was sie eigentlich motiviert, zur Arbeit zu gehen. Und dort einige sagen, das fand ich super bewegend, jedes Mal, bevor sie ein Zimmer, was sie von den Wachkommapatienten gereinigt hat, verlässt, rückt sie was ganz Kleines um im Zimmer, also das Bild ein bisschen verschieben oder die Vase ein bisschen verschieben, weil dann hat sie das Gefühl, es hat den Sinn gehabt, dass sie drinnen war, weil wenn er, dass sie aufwacht, dann sieht sie es vielleicht. Also Menschen müssen irgendeinen Sinn in ihrer Tätigkeit haben. Das Management kann ich ihnen den Sinn vorschlagen oder der Sinn wird selber gesucht, ja. Aber wenn ich keinen Sinn für die Arbeit gebe, dann macht es halt auch keinen Sinn, ja. Super Beispiel von dir, danke. Ja. Ich nehme genau den Themenkontext mal als Brücke zur nächsten Veranstaltung und zum Abmoderieren. Wir können dann danach gerne noch in der Runde uns weiter austauschen, nur dass wir den Cut wirklich jetzt auch pünktlich setzen. Es zeigt ja sehr, sehr deutlich, dass Organisationsentwicklung und wir kommen ja jetzt aus der Projektewelt, Projekte irgendwie Hand in Hand gehen müssen. Also wir brauchen auch Experten, die nicht nur aus, ich übertreibe es jetzt, Prozesse, Methoden, Tools-Sicht und Ziele-Sicht drauf gucken und Strategie des Unternehmens, sondern auch aus, ich zitiere nochmal die Michaela, die sagte, für Menschen, mit Menschen, über Menschen, ganz viele Worte einsetzen, die die im Blick haben und diese soziale Dynamik und Werte, Motive, dein Eisberg-Modell hat es auch schön gezeigt, die Prinzipien dahinter stecken, bis hin zu Glaubenssätzen, die die Psychologie auch Überlebensregel nennt und dann wird es einfach Mindset drüber genannt und der soll mal eben gechanged werden. Es ist halt nicht so einfach, also Experten, die diese psychologisch-soziologische Expertise mitbringen und dann trotzdem noch, sag ich mal, BWL-Background haben, Organisationswissen, Organisationsentwicklungswissen, die mit zu verzahnen, verweben mit Projektkompetenz. Ich glaube, dann kann halt viel Magie entstehen, sich entwickeln, wenn die entscheidenden Kräfte oder die Kräfte, die in der Organisation was zu entscheiden haben, das wollen. Dann kann das ja richtig Spaß machen. Also die Vision, die du ja auch mitgezeigt hast, neben all den Problemen, ist ja, das ist jetzt alles auch greifbar und nicht völlig unmöglich und nicht absurd, sondern schon noch mit gesunden Menschenverstand und mit ein bisschen Lebenserfahrung irgendwie beschreibbar und spürbar, ob sich das und wie sie es entwickelt und ob es zusammenpasst oder nicht, ob es sich widerspricht und zu mir und zu uns als Gemeinschaft und zur Gesellschaft vielleicht sogar auch passt, wenn wir mal in die gelbe Ebene reingucken. Und da werde ich auf jeden Fall sicherstellen, dass wir ein paar Gedanken aus der sehr, sehr wertvollen Präsentation und Diskussion mitnehmen in die nächste Veranstaltung, wo es nämlich um PMO-Aufbau heute geht, wo die Anja genau sowas mitgestalten durfte, nämlich aus dem PMO heraus auch die Organisation mitzuentwickeln. Zugriff quasi, wie sonst ein HR-Department hat, auf einzelne Köpfe, die Projekte vorantreiben, hat und da auch auf der Dimension gestalten durfte und nicht nur auf, wir definieren einen Ablauf im Projekt und Standards und Tools, die wir einsetzen und dann ist Schluss, sondern auch wirklich diese menschliche Ebene mit einbezogen haben, dass wir da einfach weitersprechen und dann würde es mich auch freuen, dass ich viele, wenn ich viele, wir, viele von euch wiedersehen und da am 18.10. weitermache an der Stelle und dann womöglich ziemlich breit den Axel nochmal reinbringe und das Weiterspinnen von weiteren Facetten, Perspektiven beleuchten, da ist viel Wahres und auch viel dran, was den Trend im Projektmanagement, in der Agilität, im Erreichen von Zielen, dem dient ja beides am Ende des Tages, auch Coaching dient und der Entwicklung dient und vielleicht müssen wir auch ein paar Dinge wie dieses Modell mal nicht nur in die Breite tragen, sondern auf Projekte anwenden, drüberlegen, als Schablone nehmen, gucken, was daraus entsteht, was Neues entsteht, damit dann auch die Standardliteratur das aufgreift, Trainingsstandardisierungsorganisationen das aufgreifen, das fände ich wahnsinnig toll und dafür steht dann eben auch hier die Brückenbauer Gemeinschaft, dass wir da ein bisschen Druck erzeugen. Wenn wir jemanden sehen im September auf der PMI Veranstaltung, PM Summit, dann auch dort gerne genau diese Dimension, die wir heute gesprochen haben, mit reinbringen, ich halte sie für sehr, sehr wertvoll. Das war mein Plädoyer, Abwinder und danke, dass ihr heute hier wart. Viel Spaß beim Weiterdiskutieren, ich stoppe an der Stelle die Aufnahme. Danke euch allen. Danke, Christian, danke für die Einladung. Dankeschön. 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 Danke.